So, ihr wolltet es vorher haben, ich bin vorher da, früher als geplant, aber es passiert auch einiges, Bitcoin ist wieder über die 46.000 US-Dollar-Marke gestiegen, erstmal hoffe ich, dass es euch gut geht, schreibt mal gerne in den Chat rein, ob alles gut läuft, ob man mich gut sieht, hört, nach dem gestrigen Stream nochmal das Ganze von vorne. Wir werden uns das gemeinsam anschauen, ich habe schon hier mein Pro-Feed hier schon für euch vorbereitet, wir werden nichts verpassen, wir haben verschiedene Feeds hier, es kommt eigentlich gefühlt minütlich oder fast sekündlich neue Tweets, neue Informationen rein, viele Falschmeldungen, irgendwelche Zulassungen, die dann schon rausgehauen werden, obwohl es nur eine 8a Zulassung ist, etc. Also, das ewige Spiel, ihr kennt das, wir werden uns das ganz rational und vernünftig anschauen, aber wir haben ja Zeit. Ich glaube, wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, 22 bis 0 Uhr ist so die höchste Wahrscheinlichkeit, dass da die Zulassung kommt, wir haben verschiedene Meldungen gesehen, die Börsen haben die Zulassung schon gegeben, wir sehen beispielsweise auch sowas, habe ich auch schon auf Twitter gepostet, hier von der CBOE, wir haben Fidelity-Plattformen beispielsweise, die das Ganze hier schon gelistet haben, aber natürlich noch nicht handelbar das Ganze, aber es ist alles bereit, wir werden das ganz genau uns anschauen. Willst du 5 Stunden online sein? Ja, wir werden mal sehen, wie lange es dauert. Wir werden sehen, wie lange es dauert, was wir an Informationen bekommen. Jetzt Plottwist, wir kriegen eine Ablehnung, das wäre es jetzt, alles ist ready, aber das kann ich mir echt nicht vorstellen. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Unten links seht ihr den Bitcoin-Preis, da müssen wir nicht immer auf den Chart springen. Natürlich werden wir uns das hier auch immer wieder anschauen, wie die Situation aussieht. Wir haben nochmal einen Tief gebildet, das war ja auch genau das, was ich sehen wollte, dass wir nochmal hier vielleicht runterlaufen im Vorlauf. Ob das schon gereicht hat, wage ich mir aber zu bezweifeln. Schaut euch mal an, wie das Open Interest gerade wieder hochgeht. Und von hier unten, da waren wir bei 11,1 ungefähr, ja 500 Millionen US-Dollar jetzt, innerhalb der letzten, ja was sind das hier, 2, 3 Stunden hinzugekommen. Alle wollen es wieder dabei sein. Gleich kommt wieder gerne hekte Freigabe, ja das kann auch passieren. Das kann auch passieren. Ihr seht hier meine Startseite, wenn ihr irgendwas seht, schreibt ihr, wie wir es gestern auch schon gemacht haben, schreibt es gerne in den Chat oder markiert mich direkt. Dann sehe ich das hier auch, also ich habe meine Mitteilung hier auch offen im Pro-Desk von Twitter. Wir haben hier noch einen anderen Feed, Insights-Feed, beste Artikel, Lesezeichen, also wir sehen alles. Ich glaube aber hier die Startseite ist am relevantesten immer. Was ist Aggregate to Open Interest? Das sind alle Plattformen zusammengerechnet. Nicht nur eine Börse, sondern alle Börsen zusammengerechnet, alle Future-Börsen. Also wenn ihr irgendwas seht, markiert mich gerne unter den Beiträgen auf Twitter und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Wo sind die Liquidierungszonen? Das werden wir uns auch natürlich immer wieder neu anschauen. Es sind wieder neue entstanden. Aktuell die nächste ist bei 46,8 und dann bei 47,3. Nach unten hin, 44, ja 2, 44, 1, 5 ohne den Dreh. Wie heißt das Programm? Welches meinst du? Wird die Entscheidung um 2 Uhr nachts veröffentlicht? Ich hoffe nicht. Also aktueller Stand ist eigentlich 22 bis 0 Uhr. Informatik-Mentor ist auch am Start. Du tradest immer nur Bitcoin, oder? Hast also kein Ethereum, Litecoin oder sonstige Altcoins. Spot habe ich noch Ethereum und noch ganz kleine Positionen, ein paar Altcoins, aber nicht der Rede wert. Aber ich habe auch Spot Ethereum tatsächlich. Ich habe es ja auch in meinem Prognose-Video schon gesagt. Für 2024, ich glaube, in den nächsten Monaten wird es auf jeden Fall spannend für Ethereum, weil er dann in das ETF-Thema auch kommt. Lauter? Ne, müsste eigentlich passen alles so. Bitcoin to go. Mirko ist auch am Start. Aus dem Flieger, glaube ich. Schon gutes Wi-Fi, was du dann hast, wenn du hier den Stream gucken kannst. Ich hoffe, für dich, es wird kein allzu langer Stream. Ja, ist ja kein Problem. Wir sind gewappnet, wir haben Zeit. Und ETF-Zulassung ist nur einmal im Leben, glaube ich. Obwohl, ne, jetzt das zweite Mal, wenn man ihn gestern noch mit betrachtet. Bitte lauter? Bin ich zu leise? Echt? Ich mache mal ein bisschen, nicht lauter. So, Test, Test, Test. So, besser? Ich habe ein bisschen lauter gemacht. Ich sollte nicht übersteuern. Für diejenigen, die zu laut werden, die können es ja leise machen. Sailor's Tweets. So, ich wurde hier markiert. Was sagt ETF will not be delayed by SEC? Kathy Wood. Ja, das ist auch keine große Überraschung. Wenn man den eigenen, wenn man selbst gehackt wird und dann sagt, das ist der Grund, um das Ganze zu verschieben, das würde keinen Sinn machen. Aber danke fürs Markieren. Crypto. Ah, das ist geil, dass ihr mich markieren könnt. Warum habe ich den stumm geschaltet? Das ist zum Beispiel eine Falschmeldung. It's not fake. Es ist richtig. Ich habe diesen Screenshot, der geht eigentlich noch hier bis nach rechts. Das ist aber das 8a-Filing. Also diesen Post habe ich schon, glaube ich, 100 Mal gesehen. Das ist einfach nur die Zulassung, dass man auf die Börsen gelistet werden kann. Aber es ist noch keine Zulassung für den ETF selbst. Die 19,4b-Zulassung brauchen wir. Also sehr viele Falschmeldungen. Da muss man immer aufpassen, was man wirklich da sieht. Bitcats, das habe ich auch, glaube ich, schon gesehen. Weiß ich nicht, was dahinter steckt. Ob da wirklich bei Bitcats jetzt irgendwas ist, ist keine Quelle gegeben. Ich kenne diesen Account nicht. Ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Man sollte generell, egal auf welcher Börse, nicht zu viel Geld drauf haben. Wann könnten der Altcoin-ETF folgen? Ich glaube, als erstes wird ETH natürlich eine Rolle spielen. Da haben wir ja schon die Anträge. Da ist die Deadline Ende Mai. Und danach muss man sehen, was kommt. Gestern gab es ja ein paar TV-Beiträge. XRP vielleicht dann als nächstes. Weiß ich nicht. Es ist viel Spekulation. Ich glaube, Solana wird auch ganz hoch gehandelt werden, weil Solana bei den Institutionen auch sehr gefragt ist. Und aus diesem Grund, ja, erst mal ETH. Erst mal überhaupt, erst mal Bitcoin. Und da muss man schauen, dass überhaupt Geld reinfließt. Was hat Robin gepostet? Genau, Bloomberg Terminal hat das Ganze jetzt hier auch aufgelistet. Alle auf Pending. So many memories. Das ist von gestern, ne? Die 15 Minuten. Ja, der ist gut. Aber der erweckt ja wahrscheinlich gleich nochmal zum Leben. Welche Hardware-Wallet benutze ich? Ich benutze den Ledger Nano X. Weiß man eine Uhrzeit? Eine genaue Uhrzeit weiß man leider nicht. Das weiß man leider nicht. Wäre auch ein bisschen zu einfach. Aber es scheint so, also alles ist in die Wege geleitet. Es gibt auch einen Antrag, dass alles beschleunigt werden soll. So ein Acceleration-Antrag für die Börsen. Ja, da geht man davon aus, dass die SEC, die Börsen, ja, dass da einfach der Hinweis gegeben wurde, dass dieser Antrag stattfinden soll, damit das am Morgen losgehen kann. Oliver, ja, danke. Robin meinte 2 Uhr nachts. Also, das, was ich gelesen habe, ist 4 Uhr bis 6 Uhr Ortszeit. Das wäre 22 bis 0 Uhr bei uns. Post Finance listet, wenn, ja. Auf ganz vielen Plattformen sind die ETFs schon gelistet. Also die Oberflächen sind ready. Alles ist ready, aber Handelsstart halt noch nicht, ne? Es wird auch nicht direkt der Handelsstart dann vonstatten gehen. Also wenn jetzt gleich in 2 Stunden, 3 Stunden dann die Zulassung kommt, dann, äh, 22 Uhr 11 ist eine gute Prediction. Könnte tatsächlich sein. Das wäre witzig. Ähm, ja. Also wenn die Zulassung kommt, bedeutet das nicht, dass es direkt losgeht. Wahrscheinlich geht es dann morgen los. Morgen wird es übrigens dann auch einen Livestream geben. Ja, ich finde, der morgige Tag, wenn es dann möglich dann zum Handelsstart morgen kommt, äh, ist deutlich spannender, ähm, als heute. Weil heute ist, glaube ich, jedem klar, wir werden eine Zulassung bekommen, aber morgen geht der Handel dann los und dann werden wir sehen, wie viel Geld da reinfließt. Well, it's Bitcoin ETF day again. Ja, ja, again. Also nochmal, ja, das Ganze. Äh, ich kann das, ich könnte das doch hier mal breiter machen. Breite, genau. Ich mache mal hier die Mitteilung breiter, dann seht ihr es, glaube ich, auch ein bisschen besser. So. Da haben wir die beiden Sachen. Also das finde ich cool, dass ihr mich markiert. Danke für den Stream, heute wird Geschichte geschrieben. Sehr gut. Wollt mir gerne auf Twitter, falls ihr es noch nicht getan habt. Erwartest du heute eine Genehmigung? Ja. Ich glaube, wie jeder andere auch. Eine Ablehnung wäre ein Skandal. Ein zweiter Skandal. Naja. In zwei Tagen. Was soll denn mit Bitcoin nicht stimmen? Alles läuft reibungslos. Habe nichts gehört oder gelesen. Ja, das sind irgendwelche Gerüchte, dass irgendwie angeblich Führungskräfte nicht am Start sind. Aber wie gesagt, das sind Gerüchte ohne Quellen, ohne Beweise von irgendeinem Account, den ich auch gar nicht kenne. Ich bin so gespannt auf den ersten Handelstag und die erste volle Woche dann. Ja. Darauf kommt es an. Wie viel Geld fließt da rein? Wir posten den Stream jetzt auch nochmal kurz in die Community-Gruppe. Habe ich Position offen oder gehst du gleich erst rein? Nee. Also, auf deine zweite Frage ein Nein. Auf die erste ein Ja. Also, ich bin schon länger in einer Position drin. Auch so, dass jetzt mit diesen Wicks, die wir auch schon gestern gesehen haben, da kann mir tatsächlich nichts passieren. Ich bin ein Profit, schon länger auch und ich schaue mir das jetzt einfach an. Ich trade jetzt auch nicht, während ich im Livestream bin. Frage mich, was Satoshi jetzt wohl macht. Wenn er noch unter uns verweilt, dann wird er sich das wahrscheinlich auch ganz gespannt anschauen. 1200 Likes, 1200 Zuschauer und nur 260 Likes. Da geht noch mehr. Haut gerne ein Like drauf, Leute. Falls euch der Stream gefällt, lasst gerne ein Abo da. Ach, ich habe aus Versehen das zugeklappt. Jetzt ist der Preis wieder da. Sorry. Okay. Ja, die alten Sachen, die habe ich schon gesehen von Robin. Also, Twitter hat ja auch bestätigt, das soll wirklich ein Hack gewesen sein. Was gestern passiert ist, eine Handynummer ausgetauscht etc. Keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Genau das, was wir gestern vermutet haben, ist aber trotzdem ein Skandal genug, dass das überhaupt so ist. So, was gibt es hier im normalen Feed? ETH performt auch sehr gut, ne? Seit gestern. Viele wollen, glaube ich, auch das ganze Frontrun. Also, wenn der Bitcoin-ETF durch ist, dann ist das ETF-Narrativ, auch wenn das Geld dann irgendwann mal vielleicht reingeflossen ist, ist das Ganze dann mal durch. Und dann wird der Fokus in Sachen ETF zumindest in Richtung ETH wandern. Ich frage mich, warum er diesen Feed hier nicht aktualisiert. Bitcoin-ETF wird in den nächsten zwei Stunden akzeptiert. Seid bereit. Ja, das ist die These. Das ist die übliche These. 22 bis 0 Uhr. Am Top verkaufen und nach dem Dip wieder einsteigen oder direkt warten. Ja, wenn das so einfach wäre. Also, irgendwie musst du ja dann irgendwie rauskriegen, wo der Top ist, wann der Dip kommt, wann du wieder einsteigen musst. Das ist in der Theorie ganz einfach, aber in der Praxis nicht so. Mirko, wie lange fliegst du denn noch? Oder wie lange bist du schon unterwegs? Wer Light Mode benutzt, hat ernsthafte Probleme. Ich benutze das tatsächlich nur für die Aufnahmen und für die Streams. Privat ist alles dunkel. Was meint ihr denn? 50.000 Euro? Weil Dark Genesis das fragt. 50.000 US-Dollar heute? Ja oder nein? Bei einer Zulassung? Ja, knapp 10% auf 50.000, ne? Nein, nein. 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 Ah, unentschlossen. Unentschlossen das Ganze bei euch. Was haben wir hier? Arc is approved. Nein, genau. Das ist halt das Falsche. Ihr seht hier, dass das 8a Filing, das ist nicht das, was wir brauchen, ist noch nicht approved. Liquidierungszonen habe ich gerade schon gezeigt, hier nochmal für euch. Trading Light voll mit Sell-Orders über Preis, würde ich nicht so viel drauf geben. Sell-Order kann man auch ganz schnell wieder löschen. So Spoof-Order, die ganz kurz vorher wieder verschwinden, die gibt es sehr oft. Also über irgendwie die Order-Bücher Schlussfolgerungen zu ziehen, bin ich absolut kein Fan von. Weil jeder kann Order reinsetzen und die dann wieder rausnehmen. Das ist an den traditionellen Märkten illegal, aber bei uns im Bitcoin- und Kryptomarkt leider komplett üblich. 46.500 aktuell Bitcoin. Gehen wir mal in einen Clean-Chart rein, wo ich nichts reingezeichnet habe. Das ist so einer. Und in einem Minuten-Chart natürlich. Bitcoin, 15-Minuten-Chart, Bullish, Megafone in Play. Könnte sein, könnte sein, aber aktuell in der jetzigen Phase Formations-Trading wäre ich sehr vorsichtig. Generell in der aktuellen Phase natürlich sehr viel ETF getrieben. Aber markiert mich weiterhin. Also ich schaue mir gerne die Sachen an. Weil dann können wir auch immer wieder über verschiedene Sachen sprechen, wenn ich mal was nicht sehe. Ja, das stimmt auch. Hellfinney hat genau heute vor 15 Jahren, am 11. Ist ja gar nicht. Warum ist überall der 10.? Es kommt auf die Zeitzone, glaube ich, an. Ich habe viele Screenshots gesehen mit dem 10. Januar, aber bei uns ist es 11. Januar. Ich glaube, Ortzeit war es 10. Januar. Genau vor 15 Jahren hat der Bitcoin Running Bitcoin geschrieben und jetzt könnte der ETF kommen. Ja, zum BitCat-Thema kann ich nicht viel sagen, Leute. Ich bin erstens nicht auf BitCat unterwegs, weil mir dort die Gebühren zu hoch sind. Und zweitens ist es ein Post hier ohne wirkliche Quelle und es kann stimmen, es kann aber auch nicht stimmen. Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Hi PP, danke für den Livestream. Gerne. Schön, dass ihr hier seid. Wird so cringe, wenn es keine Zulassung gibt, ja. Dann haben wir den nächsten Schocker. Gibt es seriöse Analysen darüber, wie viel Kapital in den nächsten Wochen reinfließen könnte? Ist halt so eine Sache mit seriös und, also es ist ja alles irgendwie Glaskugel, wie viel Geld da wirklich reinfließen kann. Es gibt Standard Chartread, die sagen 50 bis 100 Milliarden. Fundstread sagt 25 Milliarden. Dann gab es die Meldungen, dass wir von BlackRock alleine in der ersten Woche zwei Milliarden sehen. Keine Ahnung. Also seriöse Prognose gibt es da, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, alles unter einer Milliarde oder unter ein oder zwei Milliarden an den ersten Tagen wäre schon enttäuschend. Weil, ich habe gerade auch noch, da können wir mal kurz zu meinen Lesezeichen, genau das hier noch gesehen. Gestern über die Bito Future ETFs, alleine gestern 455 Bitcoin Inflows. Wie viele Dollar sind das? Beim aktuellen Preis sind das, was haben wir jetzt gerade, 46.000 Dollar, sind 200 Millionen. Allein über die Futures gestern reingeflossen. Insgesamt haben wir jetzt hier ein Asset Under Management mit knapp 47.000 Bitcoin. Da war natürlich jetzt auch lange Zeit nicht viel los und jetzt, klar, wollen die Institutionellen sich auch vorher schon positionieren, auch wenn die ETFs noch nicht da sind. Wo trade ich? Wo sind die Gebühren besser? Ich trade auf BingX. Das findest du auch unten in der Videobeschreibung. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier auf CoinMarketCap. Wenn ihr auf Exchanges geht, dann auf die Derivatives und dann nach Volumen mal sortiert, dann seht ihr hier BingX und BitCat eigentlich genau gleich viel Volumen, gleich viel Liquidität und vor allem die, ja nicht nur mit BitCat im Vergleich, zu den ganz großen Börsen hat BingX hier deutlich geringere Gebühren. Ihr zahlt auf anderen Börsen 50% mehr und deswegen trade ich da halt auch. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung mit 10% nochmal zusätzlich viel Rabatt. Also so günstig kann man glaube ich sonst nirgendwo traden. BingX list aber auch jeden Shitcoin. Ja, die listen halt auch das, was getradet wird. Also die gehen da einfach nach Nachfrage. Fulkan, siehst du bei Binance für Spotkäufe und Verkäufe Probleme, zum Beispiel Auszahlung? Ich nutze schon sehr lange kein Binance mehr. Kann ich dir ehrlich nicht sagen. Kann ich dir leider nicht sagen. Ich glaube aber es gibt auch da inzwischen gute Alternativen hier bei uns in Deutschland, in Europa auch mit sehr günstigen Gebühren. So, gehen wir mal hoch. Habt ihr mich noch irgendwo markiert? Vor 8 Sekunden. Bitcoin to 150k soon. Ja, aber hier Robert Kiyosaki, der haut auch gefühlt alle 3 Tage eine neue Prognose raus. Der weiß auch wie man im Munde bleibt. Ist jetzt auch kein Experte eigentlich für Bitcoin und Preisprognosen. und und Bitcoin, wo stehen wir? Über 46.000. Wo kann man am einfachsten und günstigsten in Euro auscashen? Spotbörsen findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wie viel Hebel ist bei Bingix möglich? Kommt auf die Kontrakte an. Bis zu 100 glaube ich. Also nicht, dass man das machen sollte, aber ich glaube 100 auf jeden Fall. Leute, bitte fett liken für Volkan. Ja, lasst gerne ein Like da, Leute. 500 Likes und 1700 Zuschauer, wo wir gerade erst live gekommen sind. Und ich glaube, es sind ja auch noch einige andere heute live. Wir machen heute einen ganz entspannten. Wie gesagt, morgen wird es für mich deutlich spannender. Wir schauen uns das jetzt an. Wir gucken, was für Meldungen reinkommen etc. pp. Aber morgen werde ich wahrscheinlich auch einen Livestream machen. Wenn wir heute die Meldung bekommen, Zulassung ist da. Morgen geht das an den Start. 14.30 Uhr machen glaube ich die Börsen auf. Oder aktuell 15.30 Uhr. Dann gehen wir kurz vorher auch dann live und schauen mal an, wie die ganzen Sachen dann getradet werden. Weil dann wird es auch erste Daten nach ein paar Stunden geben. Wie viel Geld ist reingeflossen? Wie viel Volumen ist dahinter? Ist das enttäuschend? Ist das nicht enttäuschend? Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger als das, was wir jetzt heute sehen werden. Like dagelassen. Vielen Dank, Belina. 100x sollte man machen. Gefährlich. Bingx-Fährteinzahlungen sind teuer. Ich kaufe bei Bitwavo und sende Krypto zu Bingx. Das ist genau der Weg. Also Bingx ist auf jeden Fall keine Spotbörse. Nicht in erster Linie als Spotbörse gedacht. Bingx ist zum Future-Traden. Da könnt ihr andere Spotbörsen nutzen, wie Bitwavo beispielsweise. Da eure Coins kaufen, dann auf Bingx rüber und dann damit traden. So mache ich das auch. Und so sage ich euch das ja auch immer. So, was haben wir noch? Wo habt ihr mich noch markiert? Coingecko. Coingecko wurde auch geäckt, oder was? Sehr gut. Also ein guter Hinweis. Danke. Also nicht bei Coingecko irgendwas anklicken. Meier. Ja, für jeden ist was dabei. So schön, dass viele heute Livestreamen. Ich glaube, für jeden. Jeder hat ja einen anderen Geschmack. Jeder hat einen anderen Stil. Und da ist für jeden was dabei. Ah, hier sind auch direkt die Screenshots. Coingecko hat angeblich irgendeinen Token rausgehauen. Da nicht draufklicken. Achso, Bingx ist auch ein großer Vorteil, wo wir jetzt bei Token sind. Bingx hat keinen eigenen Token. Also wir haben bei FTX, glaube ich, zuletzt gesehen, was das auch zu bedeuten haben kann, wenn über einen eigenen Token Geld gesammelt wird. Das finde ich als Vorteil bei Bingx, dass sie keinen eigenen Token rausgegeben haben, um irgendwie Gelder zu sammeln oder irgendwas damit zu machen. Aber es ist alles auch Geschmackssache. Ihr kennt das Spiel. Es gibt keine 100% sichere Plattform, das wisst ihr. Wie groß hältst du das Risiko, dass über Grayscale ein großer überwiegender Abverkaufsdruck entsteht, gerade durch die hohen Gebühren getrieben? Ich glaube, wenn, darüber haben wir auch schon sehr oft gesprochen, ihr dürft nicht vergessen, darüber wird auch sehr wenig gesprochen. Das stimmt, dass Grayscale natürlich sehr viel Asset Under Management hat und dass diese Bitcoin, die da drin liegen, zum ersten Mal auf den freien Markt kommen könnten. Ich glaube aber, wenn, vor allem auch wegen den Gebühren, wenn da irgendwie ein Interesse besteht, von diesen Gebühren wegzukommen, wird das Geld einfach umgeschichtet. Deswegen muss man auch ganz genau drauf schauen, was mit den Inflows genau ist. Also haben wir wirklich neue Inflows oder wird jetzt zum Beispiel nur von Grayscale eine Milliarde rausgenommen und dann bei BlackRock geparkt oder sonst irgendwo geparkt. Das kann sich alles schnell drehen, ändern, muss man immer weiter begutachten. Ich glaube, Abverkaufsdruck kann passieren, aber nicht so im großen Stile, weil natürlich auch wenn ein Verkaufsinteresse besteht, die werden die nicht alle auf einmal auf den Markt werfen. Das wird den Kurs runterdrücken und sie wollen ja auch dafür am meisten Geld haben. Also effizient wie möglich verkaufen. Los, schickt uns hier die. Ist das echt ein Statement? Nein, oder? Das ist wahrscheinlich. Ja, okay. Das wäre jetzt auch schon cool, wenn es mal ein Statement jetzt schon dafür geben würde. Den Hack bei CoinGecko sehe ich nicht, sehe nur die Tweets dazu auf dem Profil. Ist nichts zu sehen, dennoch vorsichtig bleiben. Ja, vielleicht auch schon direkt gelöscht. Moin Gallo. Gola. Gallo Gola. Was haben wir noch? Wenn ihr was seht, markiert mich oder schreibt es in den Chat. Bitcoin aktuell bei 46.400. Ist das groß genug da unten links? Soll ich das größer machen? Passt eigentlich, oder? Was hältst du von Relay? Aber halt viel zu teuer. Also für mich persönlich wäre es zu teuer, deswegen würde ich es glaube ich auch keinem empfehlen. Ich habe es selber nie genutzt. Aber von den Gebühren her, wenn einem es wichtig ist, so viele Sets wie möglich aus dem Geld rauszuholen, was man investiert, dann gibt es glaube ich bessere Varianten. Aber ich glaube für Anfänger nicht schlecht, dass man das automatisieren kann, direkt auf die eigene Wallet etc. John Wick ist am Start. Dein alter Twitter-Account geht nicht mehr. Was denn dein neuer? Schön, dass du hier bist. Wir waren gestern auch schon live. BitGet was removed from the App Store? Really? Wirklich? Muss ich mal gegenchecken. Wenn das wirklich der Fall ist, dann ist es auf jeden Fall etwas, was man auf dem Schirm haben sollte. Ich weiß es aber nicht. Ich schaue mal jetzt bei mir. Ich weiß es gar nicht. Gibt es die BitGet App oder gab es die vorher im App Store? BitGet. Ich sehe nur BitGet Wallet, das ist wahrscheinlich ein Fake. Ja tatsächlich, ich sehe keine BitGet Wallet hier auf meinem Handy. Aber ich weiß auch nicht, gab es die vorher? Weiß ich nicht. Bekomme keine Antwort. Was hast du gefragt? Sorry. Falls ich deine Frage übersehen habe. Ja. Bison hat viel zu wenig Assets. Bin da weg. Anmeldevorgang war auch Höllenritz. Jetzt bei BitWare, wo alles easy. Ja, gab es vorher. Also ich sehe jetzt gerade keine App von BitGet. Tatsächlich. Komisch. 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 Zwei Meldungen gleichzeitig an einem Tag. Aber ja. App Store. Ja, Android kann noch sein, dass es da ist. Aber hier ging es glaube ich um den App Store. Ich kenne diese Accounts halt auch nicht. Ich weiß nicht, wie legit diese Aussagen sind. Und deswegen muss man, ja, vorsichtig sein. Bei BitGet hast du kein Guthaben mehr und zwei Auszahlungen hängen. Guthaben hast du nicht mehr, weil du die beiden Auszahlungen getätigt hast. Oder siehst du dein Guthaben einfach nicht mehr? Weil wenn es das Zweite ist, dann wäre es ja schon heftig. Ja. Ich habe die App iOS. Ja, wenn du die App noch auf deinem Handy hast, dann wird die ja nicht verschwinden einfach. Aber wenn du die jetzt noch nicht hättest, kannst du die glaube ich jetzt gerade nicht installieren. Alle reden davon, dass der ETF schon eingepreist sein könnte. Aber was real in dem Bitcoin über die ETFs fließt, kann man doch vorher nicht wissen. Ich frage mich, ob da viele eine verzerrte Erwartung haben. Und das wird halt die Zeit erst zeigen. Also wenn Inflos so hoch sind, dass es über den Erwartungen liegt, dann ist das Ganze natürlich nicht eingepreist. Ich bin ja auch weiterhin der Meinung, dass das halt generell nicht eingepreist ist. Diese ganze Bewegung, die wir im Dezember gesehen haben, hier, wo ging es los? Hier Dezember beispielsweise oder generell. Diese ganze Bewegung nach oben, schaut mal an, wie der S&P 500 auch seitdem performt. Die Korrelation mit den traditionellen Märkten ist einfach da. Ich stelle mir immer die Frage, gäbe es jetzt diese ETF-Thematik einfach nicht? Hätte Bitcoin nicht gleich performt? Hätte Bitcoin nicht eh nicht performt, weil einfach auch die traditionellen Märkte gestiegen sind? Das ist die Frage, die ich mir so stelle. Deswegen gehe ich halt nicht davon aus, dass es, zumindest langfristig gesehen, dass das Ganze eingepreist ist. Gehen wir dann in den Minuten-Chart. Biti Finako, 220 türkische Lira. Grüße, meine Mama Felisa, die mit dir meinen Livestream anschaut. Vielen lieben Dank erstmal und liebe Grüße zurück nach Antalya. Erste türkische Lira-Spende, glaube ich. Liebe Grüße zurück, vielen Dank. Und liebe Grüße an die Mama. Also ETF-Technisch, News-Technisch, jetzt so ein bisschen ruhiger geworden auf jeden Fall. In den letzten Minuten. Vielen Dank. Habt ihr mich nochmal irgendwo markiert? Ja, Crazy BitGet. Ja, das ist eine Mitarbeiterin von BitGet. Das ist ja klar, dass sie das bestreitet. Also ich nutze BitGet auf dem iPhone. Ja, wenn du das schon mal runtergeladen hast, dann hast du es. Also wenn du es jetzt löschen würdest, könntest du es nicht mehr installieren. So sehe ich das zumindest. Ich habe bei mir gerade nachgeguckt. Aber das soll ja auch kein BitGet-Stream werden. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kann nur sagen, ich wurde gerade da halt markiert. Checkt den Livestream, ja. Danke fürs Markieren. Und Teilen. Ja. Bommel. Ich weiß es. Ich kann euch, wie gesagt, dazu nicht mehr sagen. Zwei Meldungen jetzt an einem Tag. Angeblich sind die Führungskräfte weg. Deswegen sage ich euch ja immer, egal welche Plattform, habt ihr nicht zu viel Geld drauf. Ich weiß, man will auch natürlich einen gewissen Betrag drauf haben, um aktiv zu sein, um reagieren zu können, etc. Wenn ihr jetzt unsicher seid, Alternativen sucht, schaut gerne in die Videobeschreibung rein. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Also ich nutze sowieso BitGet nicht. Ich nutze BingX aus verschiedenen Gründen, weil kein eigener Token, weil Gebühren deutlich, günstiger und Oberfläche etc. top. Mehr kann ich euch auch nicht dazu sagen. Wäre echt geil, wenn er abgelehnt werden würde, einfach um zu sehen, wie der Kuss drauf reagieren würde. Ja. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal, oder? So ein Hin und Her. Ja. Ja. Gib mal noch eine Einschätzung, wie viel Volumen der ETF an dem ersten Tag macht. Also alle zusammen. Ich sage eine Milliarde. Einfach jetzt spontan drauf geschossen. Eine Milliarde. Ja. Mediterran Boating, ja, ist schon möglich. Ist ein bisschen teurer. Deswegen lieber auf einer Spotbörse. Deine Coins holen dann rüber auf BingX. Dann bist du günstiger auf jeden Fall langfristig unterwegs. Was hat der Future damals am ersten Tag gemacht? Ich glaube, das hatten wir gestern im Video. Lass mich mal schnell suchen. Kann ich euch das sofort sagen. Vielleicht war jetzt einer auch schon im Chat. Halbe Milliarde war es, glaube ich, eine halbe Milliarde war es, glaube ich, nicht. 250 oder so. Oder war es eine halbe? Ich hatte da extra so eine Übersicht. Können wir uns sofort anschauen. Finde ich sofort. Da. Da habe ich es doch. Doch, halbe Milliarde. Good call. 567 Millionen US-Dollar in Futures ETF am ersten Tag. Eine Milliarde wäre schon nice, ne? Was hat der Mirko gesagt? 1,58 irgendwas. Eine Milliarde wäre auch eine Enttäuschungs-Sell meiner Meinung nach. Echt, findest du? Am ersten Tag. Das wäre top, ja, wenn man hier drüber geht, top 4, top 5, top 3, je nachdem. Geil wäre natürlich, wenn wir hier auf Platz 1 landen, ne? Das hätte so richtig Strahlkraft auf jeden Fall. Das hätte so schön Strahlkraft. So. Bitcoin 46.500. So. Hat die BitGet App noch installiert, Speicher runtergelöscht, sollt starten und confirmt, dass sie nicht mehr verfügbar ist. Ist echt komisch. Haben wir was Neues? Und dann we told them our Twitter was hacked. So und so ähnlich lief das ab. Hat nur noch gefehlt, dass irgendwie Ausweise gefunden worden sind am Arbeitsplatz der SEC. Aber wir werden es, glaube ich, nie erfahren, was da genau passiert ist. Waiting for... Ja, Videos kann ich mir leider nicht so easy angucken. Keine Kopfhörer jetzt drin und nicht eingestellt. Das haben wir uns schon angeguckt. Genau das Gegenteil passiert, was Satoshi wollte. Ich glaube, Satoshi wäre jetzt nicht so negativ eingestellt. Es ist ja nur ein Zugang mehr zu Bitcoin. Nochmal ein ganz anderer Zugang. Genau. Markiert mich gerne weiterhin, falls ihr irgendwelche interessanten Sachen seht, die wir hier nicht sehen. BlackRock und Co. haben auch wieder nochmal die Gebühren reduziert. 0,25% jetzt inzwischen nur noch. Gebühren. Schlacht geht weiter. Wie lange geht der Stream heute? Ja, bis die Meldung rauskommt. Lasst gerne auf jeden Fall auch nochmal ein Like da, Leute. Wir haben fast die 800. Die 1000 machen wir noch voll. Wenn euch der Stream gefällt. So, wie sieht die Situation hier aus? Bisschen runtergegangen, Open Interest hier, um 200 Millionen, obwohl wir hier weiter konsolidieren, beziehungsweise nicht abverkauft worden sind. Aber man sieht auch schon, wie überhebelt das immer ist. Hier diese kleine Bewegung von, was ist das, oben hier gewesen, 46,5 auf, ja 500 Dollar Bewegung hat dazu geführt, dass wir hier 200, 300 Millionen US-Dollar raus haben, aus dem Markt. Also sehr überhebelt immer. Zwei Likes gehen nicht, ja, schade. So, bis jetzt offline, hab noch eine spannende Frage. Was glaubst du, was glaubst du, wenn wir heute in 5 Jahren in die Zukunft schauen? Kaufen die Leute mehr Bitcoin-ETF oder mehr Spot-ETF? Ich verstehe die Frage nicht. Mehr Bitcoin-ETF oder mehr Spot-Bitcoin meinst du wahrscheinlich? Wenn die Frage so gemeint ist, dann wahrscheinlich eher, boah, ich hoffe, Spot-Bitcoin, aber in Dollar gesehen, könnte es dann auch sein, dass mehr über die Spot-ETFs reinfließt, weil einfach viel mehr Liquidität möglich ist darüber. Ich verstehe die Frage nicht. Anarch scheint durch, insofern die Webseite der SEC nicht gehackt wurde. Die offizielle Bekanntgabe der SEC wird gegen 22 Uhr erwartet. Auch hier ist es nicht eine offizielle Zusage. Das ist hier das 8a-Filing. Das 8a-Filing bezieht sich auf die gelistete Börse, in dem Fall CBOE. Und aus diesem Grund ist es nichts Neues. Das haben wir schon auch von anderen Antragstellern in den vergangenen Tagen gesehen. Was wir brauchen heute ist das 16.4b-Filing, was zugelassen wird und approved wird. Also 8a, wenn ihr 8a seht, dann wisst ihr Bescheid, dann ist es noch keine Zulassung. Was macht eigentlich die ETH? Das können wir uns mal anschauen. Nichts Wildes. Jetzt gerade Abverkauf, wo wir jetzt auf den Chart gehen. Aber das ist ja auch der Minuten-Chart. Also passiert jetzt nichts Wildes da. Bitcoin natürlich deutlich jetzt. Von hier unten haben wir jetzt hier 5% hinzulegen können. vom T4, 44.300. Das ist hier ein Fake-Account. Den müssen wir mal blockieren, weil der nervt hier in der Timeline. Hat schon 100 meiner Posts repostet. Vielen Dank dafür, lieber Scammer und Spammer. Formal ETF-Announcement after the bell. Ja, maybe. Also vielleicht, wenn die Börsen zumachen. Wann machen die Börsen zu, Leute? 22.30 Uhr. Ist das richtig? Oder 22 Uhr. Die traditionellen Märkte, wann machen die genau zu? 22 Uhr. Könnte sein. Was meint ihr denn, wann bekommen wir die Meldung? Wenn um 22 Uhr die Börsen zumachen. 22.30 Uhr. 22.40 Uhr. Gar nicht. Ja, 22.11 Uhr ist ein guter Call, glaube ich, heute. So, Scoop. One senior exec at major Bitcoin. Tells Fox News that they had informed his firm that the fund will be approved today sometime after the closing of, close of trading. However, however, was is, he added this, this is Gensler, so who the fuck knows what is Gensler, okay, ich übersetze nochmal hier direkt. Ein leitender Angestellter eines großen Bitcoin-Spot ETF-Antragstellers erzählt Fox Business, dass die SEC sein Unternehmen darüber informiert hat, dass der Fonds heute irgendwann nach Handelsschluss, also das, was wir gerade gesehen haben, nach 22 Uhr genehmigt wird. Jedoch fügt er diesen Vorbehalt hinzu, das ist Gensler, also wer zum Teufel weiß, was, wann oder wann das passiert. Gensler wird immer gegrillt. Ja, für den, für den morgigen Tag ist hier schon alles angerichtet, hier bei CBOE, beispielsweise Invesco, Franklin, ARC, VanEck, Fidelity, Wisdom, alle schon bereit, um an den Handel zu gehen. So, du wirst erstmal hier geblockiert, mein Freund, zack. Wie wird es dann angekündigt, wie der SEC Twitter-Account, ich glaube nicht als erstes, ich glaube erstmal werden wahrscheinlich über die SEC-Portale das Ganze dann veröffentlicht. Ja, JP Morgans, Jamie Dimon sagt, Bitcoin hat kein Value und wird nur für, ja, komischen Kram, illegale Aktivitäten genutzt. Ist dieser Clip aber von heute wirklich oder ist das noch der alte Clip? Ich habe den heute auch schon öfter gesehen. Macht auch natürlich Sinn, dass sie die autorisierten Teilnehmer sind von BlackRock beispielsweise und auch von anderen Antragstellern und da mitmachen möchten und Geld verdienen möchten, wenn denn Bitcoin so böse und schlimm ist. Macht auf jeden Fall Sinn. So, Bitcoin marschiert weiter nach oben, gehen wir mal wieder hier rein. Zack. Neues hoch. Zwischenzeitlich jetzt wieder 46.750. Wir sind, wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe euch gesagt, wir werden wahrscheinlich irgendwann wieder hier rein pendeln, wo wir vor diesen Fake News waren und genau da sind wir jetzt aktuell. 47.000 US-Dollar-Markt ist aktuell so das Level, was es zu überbieten gilt. Gehen wir mal wieder hier auf Coinbase. Glaubt hier jemand, dass die Chance besteht für einen Solana-ETF? Möglich ist alles, aber wird noch nicht in diesem Jahr, glaube ich. Ich glaube, als nächstes ist, wie gesagt, ETH erstmal dran. So, was haben wir noch? CBOE sagt, Bitcoin ETFs werden morgen anfangen zu handeln. Okay. Das ist schon klar, dass das so jetzt die Annahme ist. Wir brauchen noch die offizielle Zulassung. Welche validen Ablehnungsgründe gibt es und was werden die folgen? Ich sehe aktuell absolut keine Gründe mehr abzulehnen. Ich glaube, wenn überhaupt, könnten die irgendwie noch versuchen, das Ganze zu verschieben. Das Verschieben geht eigentlich auch nur, also es ist ja eigentlich eine finale Deadline, dann müsste es auch wirklich fundierte Gründe geben, die es eigentlich auch nicht gibt. Also eine Ablehnung kommt eigentlich nicht in Frage. Okay. Price Target bei Zulassung. Ja, haut mal eure Targets raus. Was passiert in dem Moment, wo eine Zulassung kommt? Schreibt mal gerne in den Chat. Hoch, runter und wenn ja, auf was für einen Preis? So, als Zeitvertreibprognose für ETH und Bitcoin bis Ende Jahr 2025. Schaut gerne auf jeden Fall auch mein Prognose-Video an. Also Bitcoin, ich hoffe, dann irgendwann sechsstellig. Alles andere wäre eine Enttäuschung, wenn bis Ende 2025 nicht sechsstellig wäre. ETH, sehr gute Frage, sehr gute Frage. Vielleicht fünfstellig, wenn wir im richtigen Bullenmarkt sind. Aber alles Glaskugel und ja, mit Vorsicht genießen. So, na klar. 57, 51, schon einige über 50 auf jeden Fall. Marktmaker jagen wieder Liquidität. Das ist sowieso der Fall immer. 48, 50, 42. Also erst Pump und dann Dump. Als Theorie hier. Okay. Laut CBOE werden die Bitcoin ETFs morgen an den Start gehen. Wo ist nochmal der Fox-Typ? Das können wir eigentlich auch nochmal schnell für die Leute, die nicht im Stream sind. Finden wir den nochmal. Da ist er. Laut Fox Business könnte mit der Entscheidung nach Handelsplus mitgeteilt. Also ab 22 Uhr. Das haben wir schon gesehen. Habt ihr noch irgendwas, wo ihr mich markiert habt, was ich noch nicht gesehen habe? Wo ist der Streamer? Wir haben auf Twitter gar nicht den Stream gepostet. Das können wir eigentlich auch noch machen. Stream ist live. Bitcoin ETF. Tobias hat uns markiert. Bitcoin ETF. Ja. No, that never needed it. Let's get in the diploma. Let's make it more money. Ja, das stimmt. Also es ändert ja fundamental nichts an Bitcoin. Es geht nur um den Zugang von Bitcoin durch die ETFs. Aber für die Legitimierung von Bitcoin absolut halt wichtig. Der ist auch gut. SEC Audits für ETFs und für den eigenen Twitter-Account. Könnte man glaube ich so beschreiben. Ledger extrem teuer zum Auscashen. Wo günstiger? BitWavo beispielsweise. BitWavo beispielsweise. Unten in der Videobeschreibung findest du auch einen Link. Da kriegst du auch die ersten 10.000 Euro in der ersten Woche komplett ohne Gebühren. Also wenn du jetzt irgendwie in dieser Woche irgendwie nach Anmeldung dann verkaufen möchtest, kannst du das Spot komplett ohne Gebühren das Ganze machen mit dem Link halt. Sollte man vor der Verkündung der Nachricht investieren oder erst kurz danach? Sehr schwierig. Es kann erstmal zum Abverkauf kommen, aber muss es auch nicht. Also keiner weiß, was genau passieren wird in den Minuten danach. Vielleicht ist es die beste Strategie, da einfach ein bisschen was aufzuteilen, weil keiner kann dir da eine klare Antwort geben. Genau, das mit CBOE haben wir schon auch hier gepostet, dass die morgen an den Start gehen. Bitcoin Magazine, was haben die? Das haben wir auch schon. Ah, hier haben wir auch schon mal einen Screenshot dazu. First date of trading. Aha. Aha. du kannst du kaufst und verkaufst ja jeweils spot bitcoin lohnt sich doch aufgrund der steuern nicht oder wie machst du das also spot kauf ich bzw verkauf ich nur im rahmen der jahresfrist also wenn es über ein jahr ist und ich habe ich bin ja schon sehr lange dabei also ich habe immer bitcoin bestände die ich steuerfrei verkaufen kann wenn es um kurzfristige sachen geht dann halt über die future märkte aber das ja dann noch mal etwas komplett anderes grüße vom stream ja grüß zurück was haben wir noch tobias fidelity hat das gelistet ja das haben wir auch schon gesehen ganz viele auf der eigenen plattform gelistet also die oberflächen sind ready die systeme sind ready die ss fehlt nur noch cboe issues six listings das haben wir auch schon gesehen 19 4b und s 1 anträge noch nicht zugelassen improved das können wir weg machen hat mit war wohl limit zum aus cashen eigentlich nicht nein bitcoin 46 1400 ja wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass die sec den etf genehmigt ich würde sagen 99 prozent die experten bei bloomberg sagen 90 prozent und die prediction market sagen gerade let me see sagen 93 prozent kannst du meine tochter rumi grüßen liebe grüße an rumi die muss zuschauen ja ich hoffe es bringt was langfristig für sich an wie eine geburtstagsfeier das geburtstagskind gary kommt einfach nicht so 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 was haben wir noch was haben wir noch schauen wir weiter die haben eine eigene handelsseite für die digitalen assets welche bereits in den startlöchern ist ist das legit ist das echt von denen das weiß ich gar nicht weil die domain sieht mir echt nicht nach legit aus tatsächlich weil die domain sieht mir echt nicht nach legit aus tatsächlich so 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 kommen in irgendwelcher plattform sehen viele optionsscheine auf long bitcoin laufen options daten kannst du auf der bit am besten sehen ich weiß aber nicht ob du genau sehen kannst wie viele long obwohl ja eigentlich schon oft auf der bit selber ist die größte optionsplattform neben cmi gary diskutiert noch mit dem praktikanten von gestern ja es kann sein trade ist so dieses event nee also ich bin schon positioniert schon länger positioniert deswegen muss ich das ganze nicht traden ich habe meine order schon drin falls was passiert aber so kurzfristig trade ich das nicht nein eth pumpt ja geht wieder weiter wieder ein neues hoch wieder ein neues hoch sieht gut aus für eth im moment das war aber auch irgendwie so ein bisschen abzusehen ich glaube diesen chart hat gefühlt jeder bitcoiner gepostet dass hier eth so schlecht läuft es kann sein dass das ganze noch weiter runter geht aber wenn alle der meinung sind eth stützt jetzt hier ein weil hier ein widerstand unterstützung bricht etc dann ist es meistens dann schon zu spät für den abwärtstrend jetzt kommt die gegenbewegung ich gehe davon aus dass es in erster linie daran oder damit zusammenhängt wo haben wir auch schon jetzt oft drüber gesprochen eth etf ne der das ist dann das nächste was kommen könnte danke für den feedback ja ich bin long aber wie gesagt auch schon länger nicht erst seit 40.000 wer die videos verfolgt hat der weiß das auch mehr oder weniger das wird wichtig sein was passiert mit grayskales funds also wie viel geld bleibt da drin wie viel fließt da raus aktuell wie viel ist da drin 619.000 bitcoins sind da drin gerade ja die ganzen die ganzen sachen sind schon auf bloomberg terminal gelistet alles steht bereit alles steht bereit wir haben eine halbe stunden noch wahrscheinlich so linke safe ok margin bitcoin futures und bitcoins aber das ist warum margin futures darum geht es doch gar nicht spot da muss ich mir meinen ruhr angucken wieso anderthalb stunden weil die wahrscheinlichkeit am höchsten ist dass wir nach handelsschluss in den staaten die entscheidung bekommen es kann aber auch jederzeit sein dass das schon vorher kommt ja ich habe schon mal schön verfolgt immer super content danke meine kids grüßen dich ja danke ich viele kids die auch mitschauen heute ich glaube nicht dass vorher was kommt es kann jederzeit kommen tatsächlich ist eigentlich die müssen ja nicht darauf warten bis der handelsschluss an den an den märkten ist wahrscheinlich ja ist es halt und dann geht es morgen los man machen die börsen auf aktuell ich komme mit der zeitverschiebung durcheinander manchmal ist ja dann 14 30 15 30 aktuell also wenn es am morgen los geht geht es um 15 30 morgen los es wird dann auch wieder ein livestream geben wir werden uns das ganz genau anschauen 15 30 oder guckt da schreiben drei leute was rein drei verschiedene uhrzeiten bei der bewilligung geht der kurs runter gute frage können wir nur raten ich würde sagen erste initial ist wahrscheinlich erstmal wieder pump und dann wird man sehen müssen wie viel wie viel hebel reinkommt wenn zu viel hebel reinkommt wenn wie gestern alle versuchen das ding mit überhebelten positionen long zu gehen dann wird die gegenbewegung kommen und die werden erstmal schön liquidiert können wir bis kein etf in deutschland kaufen es gibt wahrscheinlich schon irgendwelche plattformen wo du dann zugriff darauf haben wir es aber macht halt auch keinen sinn also jetzt für euch privat oder privat anleger machten bitcoin etf auch sowieso keinen sinn vielleicht machen wir noch einen börsen schluss damit alle dieselben chancen haben zur selben uhrzeit bei öffnung der handelsstaat ist ja nicht direkt bei zulassung also wenn jetzt jetzt zulassen würden bedeutet das ja nicht dass sie jetzt schon direkt handelbar wären ja 15.30 ist richtig ich denke mal ich gehe morgen 14.30 15.00 live und dann werden wir uns das anschauen was eigentlich viel relevanter ist meiner meinung nach ja 15.30 als gmbh macht es vielleicht sind wegen der besteuerung das kann sein weil titel lässt auf jeden fall ein bisschen nach schauen was neues gibt habt ihr mich noch irgendwo markiert macht gerne die tausend likes wir haben fast die tausend likes voll sehr cool uncle vor kein stream sehr gut was gibt es hier von jeff und jeff seite schon von james we have all nine new etfs with their dsc page on the bloomberg terminal ja jetzt auch hier coinbase is down ehrlich guter start für coinbase also sind schon alle jetzige listet art bitwise franklin meneck sagen wir noch was dem hashtags grayscale alle alle am start alle sind am start somi vielen dank cool dass du hier bist 1000 jahr ja die tausende voll sehr cool alt shares etf wurde bestätigt nein wurde er nicht das ist das falsche Filing, was da verbreitet wird deswegen immer drauf achten was man da genau sieht was da gesagt wird und von wem man sich was anhört Mirko schon offline ohne böse zu meinen Feuer wird nichts ja er ist schon weg, glaube ich sonst hätte er noch weiter geschrieben sonst hätte er noch weiter geschrieben Bison hat auch wieder Probleme Coinbase funktioniert jeder sagt doch immer was anderes wird das gesamte Volumen der ETFs direkt in Bitcoin investiert sind die ETFs 1 zu 1 gedeckt ja darum geht es ja das sind Spot ETFs heißt wenn du einen Euro reinsteckst in den ETF dann wird auch in Höhe von einem Euro dann auch wirklich die Bitcoin auf dem Spotmarkt gekauft und Coinbase in erster Linie bei den meisten ETFs wird die dann verwahren Bitwavo läuft einwandfrei bis jetzt okay ja die Volatilität ist ja auch noch nicht da die Volatilität wird erst kommen wenn die Entscheidung da ist wo liegen deine ersten Take Profit Bereiche in Sachen Spot habe ich ja in einem Video auch schon gesagt ab 80.000 ich habe es ja auch schon mal gezeigt jetzt auf meinem Profil wo ich die letzten Jahre Spot gekauft habe und verkauft habe wollt ihr das nochmal sehen kann man das überhaupt gut sehen ich glaube schon ich glaube da werde ich auch nochmal ein separates Video machen also dieser Chart geht hier bis Mai 2019 ich glaube das erkennt man aber auch wirklich schlecht oder also ihr seht die grünen und roten Pfeile das sind meine Spot Positionen gewesen der letzten Jahre beim ersten Allzeithoch habe ich ordentlich Gewinne mitgenommen immer wieder und dann habe ich sehr lange nicht gekauft und dann hier nachgekauft also DCA ist gut aber ich finde halt es gibt viel effizientere Methoden wenn man sich tagtäglich mit dem Markt beschäftigt dann schafft man auch bessere Einstiege und hat am Ende dann mehr Sets gesteckt als wenn man jetzt einfach blind jede Woche oder einmal im Monat investieren würde und ich habe hier vor allem auch die Dips immer wieder gut getroffen aber dazu mache ich glaube ich nochmal ein separates Video also Filletisch Thank you dann euch spot premium haben immer noch auch interessant das mehr über die spot spot märkte gekauft wird als jetzt über die future märkte obwohl eigentlich ja funding ist immer noch hoch muss man sagen die meisten anbieter sind schon längst eingedeckt mit bild können werden die einfach teurer durch den pump bei den kunden weiter reichen weiß ich nicht kommt auf das seeding an wenn man sich überlegt blackrock hat nur zehn millionen gekauft gesiedet laut offiziellen filings ob das ausreicht wage ich mal zu bezweifeln und wenn sie zu viel vorher kaufen der kurs kann ja auch abstürzen und dann würden sie verlust machen so einfach ist es nicht die wollen ja auch kein risiko eingehen die gewinnen ja auch nicht das geld und die machen ja nicht die kohle durch das spekulieren auf bitcoin sondern einfach durch die gebühren am ende des tages sec sagt noch mal wiederholt noch mal der post von gestern war nicht durch die eigene belegschaft und dass die dass das fbi jetzt das ganze auch ja untersucht bin mal gespannt was dabei rauskommt wie viel bitcoin hast du selbst plus minus so was also nicht nur ich mache das nicht und das empfehle ich auch keinem im internet sagen wie viel man von was besitzt ich besitze gar keine bitcoin alles bei einem bootumfall verloren mein ledger ist ins meer geflogen wer kauft heute nach dem approval noch ist doch schon sehr sicher dass alle die kaufen wollten bereits gekauft haben kauft jemand von euch nach dem approval das ist noch mal eine gute frage macht ihr heute noch irgendwas egal ob spot oder futures was habt ihr vor schreibt mal in den chat was sind eure pläne für heute so in der zwischenzeit gucke ich mal ob ihr mich noch irgendwo markiert habt sieht nicht da raus bisschen ruhiger geworden die meldungen warte auf retracement gerade auf bloomberg fbi ist investigating ja gerade auch gesagt warte auf retracement ich habe heute vormittag nachgekauft wenn es gibt dann kaufe ich safe nur gucken und dann weiter die c a chillen und bierchen nur ich kaufe in der welle 4 korrektur back sind voll denn all coins kann man aber sicher erahnen da du shorts für bestimmte als hat es gestern im live stream weil ich shorts hatte weiß nicht was du nicht meinst nichts kaufen und warten auf den abverkaufen nach dem anstieg nutzt du nur ein ledger oder hast du mehrere geräte das bleibt mein geheimnis kann also glaube also ist ja klar wenn du ein ledger hast hast du wenn was passiert dann nicht alles drauf aber wenn du mehrere hast ist die wahrscheinlichkeit doch höher dass bei mehreren geräten auch was passieren kann also das muss jeder für sich wissen heute nicht kaufen erst wenn der makro crash kommt in q2 bist du dir sicher anscheinend dass er kommt mit einem 50 hebel long tp bei 49 9 ich kaufe immer wenn ich fiat über habe bei 50k raus bei dip wieder rein ich bin seit letztem jahr all in und chill auch gut bin schon längst eingedeckt der viele sind schon eingedeckt also bis jetzt hat glaube ich keiner gesagt ich warte auf approval und gehe dann und kaufe dann bleibe beim sparplan auch gut was ist günstiger zum auscashen bison oder bit war wo ich glaube mit war wo müsste günstiger sein ich habe die genauen gebühren von und bison nicht im kopf vielleicht weißt du es aber ich kann dir mal sagen was die gebühren bei bit war wo sind die stehen auch hier direkt wenn du unten in der video beschreibung draufklickst dann siehst du auch die gebühren 0,3 bis 0,25 prozent je nach coin etc und banküberweisung kostet ja sowieso nichts ich kaufe immer nur ada okay mit war wo ist mega ja finde ich auch beste preise ja also gebühren sollte bei der plattform wahl mit das wichtigste sein also deswegen verstehe ich auch nicht wenn also warum manche leute auf einigen plattform unterwegs sind wo man teilweise doppelt dreifache gebühren zahlt was ist die kontogarantie bei bit war wo das ist ganz wichtig zu betonen die kontogarantie hier steht das auch hier steht das ein unbefugter zugriff wenn euer konto gehackt also es ist keine einlagensicherung oder sowas das ist wenn ihr gehackt werdet habt ihr bis zu 100.000 euro eine versicherung aber es bedeutet jetzt nicht wenn bit war wo pleite geht dass ihr da euer geld auf jeden fall bekommt also bei crypto börsen gibt es keine einlagensicherung oder sowas alle hoffen dass die big player nach dem approval in kurs pushen ja ist das so aber worüber robin worüber sollen sie die pushen über die future märkte nochmal ich glaube wenn wir wenden dann wird das ganze steigen weil viele dann nochmal mit hebel reingehen die ganz großen fische können dann erst ab morgen starten ab morgen 15 30 wie so ein spread 1,25 prozent das ist ordentlich ich liebe die börse bing x das ist gut aber deine assets werden dezentral gelagert was meinst du damit du hattest neben bitcoin etr noch link und xrp als shortcut auf deine analyse seite meinst du ja auf trading view ja das ist tatsächlich von also das bedeutet nicht dass das jetzt in meiner größten positionen sind das sind einfach auch die vier ja beliebtesten altcoins was auch trading volumen angeht etc also das hat nichts mit meiner spot position zu tun tatsächlich könnte michael sayler in den nächsten fünf jahren der reichste mensch der welt sein warum nicht gut möglich er hat sich auf jeden fall gut gut aufgestellt was machst du eigentlich beruflich neben youtube das ich mache bitcoin krypto trading investieren alles was dazu gehört mache ich hauptberuflich den kanal mache ich hier schon seit 2017 tatsächlich also fast ja in einem halben jahr sind sieben jahre schon und hauptberuflich bin ich schon im markt zwei drei jahre zwei jahre jetzt folgen wann hast du dich entschieden dein hauptjob für das trading aufzugeben das war ja vor anderthalb jahren ich war eine uni eingestellt als wissenschaftlicher mitarbeiter bereich blockchain und ja ich war im doktor schreiben aber es war halt zu viel also ich hätte meinen doktor neben der ganzen forschungsarbeit in meiner freizeit schreiben müssen und da habe ich halt meine zeit in den markt investiert natürlich auch videos gemacht etc und habe ich gesagt lieber das eine was mir mehr spaß macht als jetzt in doktor arbeit zu schreiben Doktor wenn ich will kann ich es auch immer noch machen auch in zwei jahren auch in fünf jahren auch in zehn jahren läuft nicht weg ein sehr volatiler beruf ja so kann zahlen wir müssen die frage was machst du neben youtube anfangen counter zu mein gefühl hast du die frage schon hundertmal beantwortet aber kommen ja auch immer neue leute ja die frage was mein background das kommt echt oft aber das stimmt jetzt wollen wir in der jetzigen phase kommt halt natürlich auch umso mehr ne also ist auch klar neue leute die die das dann interessiert ist ja auch kein problem hast du hast du eine trading schulung kursempfehlung du kannst hier unten in der video beschreibung findest du eine acht stunden video reihe zum thema trading die ist komplett kostenlos ich glaube woanders müsst du da teilweise 1000 euros zahlen kannst du dir einmal acht stunden einmal alles geben dass du die basics drauf hast und ja kannst du mal dir gerne anschauen danke danke der simple tea vielen lieben dank merkst du die bitcoin aufmerksamkeit in deinen video aufrufen aktuellen ja klar also etf thema die aufrufe steigen die neuen abos steigen dadurch dass einfach natürlich in aller munde ist neue leute kommen interessieren sich dafür sommerloch war zwischenzeitlich natürlich schon öde wenn der kurs sich vor allem nicht bewegt dann ist es dann interessieren sich immer weniger leute dafür ich gucke zwischendurch auch immer wieder auf mein handy weil ich dann push up nachrichten bekomme von twitter et cetera damit wir nichts verpassen bitcoin aktuell bei 46.200 ethereum bei 2450 knapp ethereum sehr stark aktuell waren hunderttausend follower ja irgendwann wird es kommen ich glaube ich müsste mehr mehr reißerischen content machen noch mehr hier 100x hier 100 200x dort tokensale hier ico der euch reich macht hätte ich das schon von anfang an gemacht dann wäre das wahrscheinlich viel schneller gegangen aber das ist ja auch nicht das ziel meinung zu bitcoin inu noch nie gehört und weiß trotzdem schon dass es schrott ist typisch calvin bitcoin inu alle alle all coins die bitcoin im namen haben sind generell schrott und tobias schlotter vielen dank 11 99 ohne nachricht einfach nur ein thank you danke danke vielen lieben dank gerade rein gekommen was los warum sind alle crypto youtuber online kann ich ein update bekommen es kann sich nur noch um stunden handeln dass die sec die entscheidung bekannt gibt bezüglich des bitcoin spot etfs deswegen sind glaube ich auch alle live sonst gibt es nichts neues also bis jetzt zumindest außer die kleinen nachrichten die drumrum entstehen also es ist nicht so dass nichts passiert aber alle systeme sind ready cboi hat angekündigt dass der handel morgen schon losgeht obwohl die zulassung noch nicht da ist wir haben verschiedene weitere anträge die nicht aber die generelle zulassung bedeuten die zugelassen sind die börsenlistings haben stattgefunden bisschen was los und volatilität wird gleich kommen wenn die entscheidung kommt würdet ihr auch etwas spenden aber bin all in nur noch brot und wasser eben braucht auch nichts spenden alles gut wenn ihr mich unterstützen wollte lasst gerne ein abo da dann verpasst ihr die videos nicht die live streams nicht lasst ein like da oder nutzt die links in der video beschreibung da profitieren wir alle voneinander das finde ich immer am besten also spenden sind immer nett bin ich auch mega dankbar für aber muss echt nicht muss nicht sein und unterstützung könnt ihr über die börsen et cetera machen und wenn ihr euch noch für noch mehr infos interessiert könnt ihr bei macrovision beispielsweise auch das ganze soll ich einmal anschauen spiel zu basketball liege auf welchem level ich habe sehr lange in meiner also ich habe meine komplette jugend in der halle verbracht dann irgendwann mit 19 20 aufgehört und jetzt spiele ich nur noch so ich spiele gar nicht mehr also nicht ligabetrieb im sommer ganz viel draußen früher habe ich zweite regel gespielt ja und jetzt so ein hobby basketballer früher habe ich ja ich wäre profi geworden habe ich mich verletzt und so kennt ihr ja die geschichten ne ich habe einfach irgendwann aufgehört jim kramer ist bearish ja das ist auf jeden fall gut wie groß bin ich denn ich sehe klein aus ich bin 1,85 1,84 um genau zu sein antwett vielen dank für die 11,99 bester bitcoin channel dank für die infos vielen lieben dank danke danke viel größer ist denn schröder auch nicht aber ich glaube der ist doppelt so schnell wie ich das ist ein vorteil danke tobias vielen lieben dank nochmal das ist viel größer als ich erwartet habe so kurs macht nichts aktuell auch absolut keine neuen Meldungen sollen wir uns irgendwas anderes anschauen habt ihr irgendwas auf dem schirm habe ich irgendwas verpasst was geht bei eth können wir direkt gucken haben wir gerade auch schon geguckt aber ja marschiert weiter nach oben steh mal auf dann seht ihr mich nicht mehr 2,474 wie sieht das open interest aus können wir uns anschauen auch nicht wirklich viel los einfach eine konsolidierung hier kam ordentlich hebel hinzu 500 dollar move ganzen hebel rausgenommen überhebelten position rausgenommen jetzt konsolidiert das ganze aber preistechnisch halt immer noch auf einem hohen niveau bit get gerüchte kann ich euch nicht zu sagen fakt ist irgendwie ist die app nicht mehr verfügbar im app store und alles andere sind gerüchte ich trade nicht auf bit get deswegen kann ich dazu auch nicht wirklich viel sagen ehrlich gesagt ich habe da auch nicht wirklich kontakte und wenn ich kontakte hätte was sollen mir die kontakte da sagen also die ist ja klar dass die dann auch nichts preis geben aber so wie ich das damals bei ftx gesagt habe oder generell sage es gibt keine hundertprozentige sicherheit wenn ihr zu viel auf diesen plattformen habt schnell runter damit wie kann man bei macrovision pro pausieren deabonnieren du hast unten in der willkommens mail oder generell in den pro reports hast du ganz unten den bereich kosten wie heißt es bezahltes abo verwalten und dann kommst du in ein kundenportal lustig roadmap von bitterlich vor dies aber sehr detailliert roadmap von eth jetzt ich glaube nicht dass ich darauf bock habe ehrlich gesagt mika dieses gekritzel gefühlter so was haben wir neues bitcoin settled value transferred by year deutlich runter gegangen im letzten im letzten jahr das ist der bärmarkt gewesen natürlich auch weniger los gewesen diesen on chain siehst du das top vom bull run auch erst im jahr 2025 ja ich glaube diese theorie kommt ja auch eher von der zyklen theorie wird passen wenn es wieder in gleichen zeitabständen läuft etc sehr schwierig zu beurteilen sehr sehr schwierig ja der ist der dude ist auch ein troll ne haut eine falsch meldung raus und retweetet das ganze nochmal drei stunden später aus welcher stadt komme ich meine eltern kommen aus gillison ich komme aus dem sauerland hast du robin verboten heute live zu gehen ne habe ich nicht aber ich glaube er macht eh lieber videos liebe grüße zurück in allgäu oder ins allgäu vielen dank tessa und die wachsen aus auge ja tessa ist die beste die passt auf alle auf schon viel durch dich gelernt kannst du was zu der zu deinen aktuellen offenen positionen sagen wie lange sind die durchschnittlich offen durchschnittlicher hebel hebel 2 bis 5 wenn die im profit sind skaliere ich die auch hoch wie lange sind die offen kommt wirklich drauf an auf die kontrakte auf die situation ich meine bitcoin position habe ich jetzt schon seit glaube ich vor meiner reise aufgemacht also ende november mitte november aufgemacht das ist halt es läuft immer noch alparen schengünya ist der beste ja so ist kenne ich klar ich wollte nicht parallel zu 20 anderen kanälen live gehen poste eine kurse zur anpassung nach approval ja das macht doch sinn ich habe es halt gestern versprochen ich habe es auch gesehen dass alle live sind aber es ist ja auch nicht schlimm für jeden was dabei für jeden was dabei für jeden was dabei morgen wird wie gesagt wichtiger morgen ist meiner meinung nach ein viel wichtigerer live stream deswegen abonniert den kanal falls ihr es noch nicht getan habt falls ihr neu hier seid dann bekommt ihr das auch morgen mit wenn wir morgen live gehen weil morgen geht dann hoffentlich der handel los und dann werden wir mal sehen was wirklich los ist wie viel geld rein fließt wenn die position so lange offen sind musst du nicht viele fees zahlen ja klar das ist der nachteil vor allem wenn die funding fees so hoch sind fressen die ein bisschen die profite auf aber wenn wenn man halt ordentlich im plus ist dann spielt es halt irgendwann auch keine große rolle mehr wie habe ich mir und robin kennengelernt einfach tatsächlich erstmal hier durch youtube irgendwann irgendwann ich weiß gar nicht mehr wer wem als erst geschrieben hat irgendwie ist das entstanden ich weiß es tatsächlich gar nicht und liken nicht vergessen freunde robin sagt's haut die likes drauf und teilt auch gerne den stream ne also ihr könnt gerne auch teilen wenn ihr der meinung seid dass das hier vernünftiger content ist bevor irgendwie auf englischsprachigen kanälen die leute landen wo irgendwelche scams vertrieben werden projekte geschillt werden oder was auch immer wenn irgendwie der meinung seid der kanal ist gut nicht nur bei mir wenn ihr die videos schaut ich glaube das hilft auch immer den kanälen wenn wenn das ganze wenn das ganze geteilt wird auf whatsapp und co in der familiengruppe anonyme table getradet und bin auch neu könntest du eventuell mal ein tutorial machen tutorials gibt es hier ganz viele in der video beschreibung kostenlose 8 stunden video reihe hier generell die drei tutorials kann ich euch ans herz legen falls euch das thema interessiert bevor er da irgendwie hunderte euros wegen welche schlechten kurse ausgibt das ganze ist da kostenlos acht stunden auf youtube mirke wollte ein autogramm von uns so haben wir uns kennengelernt stimmt so war das mehr likes als zuschauer ja wir sind auch jetzt schon lange wie lange sind wir überhaupt live jetzt eine stunde 40 krass familiengruppe mit oma und opa teilen ist so meiner meinung nach wir verschlucken meiner meinung nach bitcats deutschland hat sich dazu geäußert aber sagt eigentlich auch nicht viel aus warum die app verschwunden ist ja also es ist jetzt auch nicht die objektivste quelle in der angelegenheit congressmann collins reporting buying eth congressmänner hier der dude hat eth gekauft ist aber auch nichts wildes habt ihr noch irgendwas gesehen habt ihr mich irgendwo markiert glaube nicht ich ich muss uns jetzt hier noch zwei stunden teilen aber ich würde sowieso hier sitzen deswegen ist auch der stream jetzt vorher losgegangen weil ihr auch das euch gewünscht habt ob ich jetzt hier alleine sitze und mir den feed angucke und die ganzen informationen hier rein ziehe oder mit euch dann lieber mit euch aber so lange ist es nicht mehr ne wir haben schon 9 uhr dunkel modus rock der privat auf jeden fall kann ich das überhaupt hier einstellen anzeige soll ich das lieber dunkel machen ihr entscheidet hell oder dunkel dunkel okay hell war besser ja kann nicht alle glücklich machen ich glaube mehr dunkel licht aus licht aus licht aus genau das haben wir auch schon gesehen dass bei fidelity die einzelnen etf schon gelistet sind wenn robin sagt dunkel dann dunkel ja sonst gibt es kriegen wir ein problem ich nutze immer dunkel privat aber für die videos nicht da stelle ich das extra auf hell damit die leute wach werden wenn sie meine videos sehen jetzt gibt es ein abo ja endlich deswegen wächst der kanal nicht so schnell also wächst schnell aber deswegen sind wir vielleicht noch nicht auf 100k weil ich immer hell 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 twitter an mach eine reaction auf dein erstes bitcoin video ne das will keiner sehen das will wirklich keiner sehen glaube ich äh älteste hier ja knapp sieben jahren ohne ton können wir uns also da sieht man mich ja auch nicht mal ne 25 likes und einer davon war ich da ging es darum wo kauft man bitcoin wie kriegt man raus wo man am besten bitcoin kaufen kann äh weil ich irgendwie gesehen habe gab nichts dazu damals die anderen videos waren ja alle schon trading direkt die zweiten dritten vierten videos ähm gingen wir über trading und da habe ich so ein bisschen erklärt warum es auf einigen börsen teurer ist any coin kraken vergleich etc war schon eine wilde zeit guckt euch mal die plattform an den preis an ja volumen ist auch höchste volumen hatte bitfinex mit 100.000 äh 100 millionen wie viel ist es jetzt future merkt natürlich milliarden ne ist ja klar spot 20 milliarden in 24 stunden und hier 100 millionen generell wie viel waren es hier eine milliarde und hier waren es äh oder hier ist es gerade bei ja müssen wir gucken kurz ähm bitcoin volumen 45 milliarden also 45 mal höheres volumen als vor sechseinhalb jahren können wir hier wenn ich mal hier ja schaut euch mal die top 10 an iota war mit der top 10 mit einem preis von 26 cent wie steht iota jetzt gerade eigentlich 24 cent oh immerhin kein verlust gemacht in sechseinhalb jahren was gibt es noch äh litecoin 45 dollar litecoin 67 dollar immerhin ja das waren schon wilde zeiten mal und das opinion tv hört sich analog an würde ich rausnehmen ich habe damals den kanal gemacht da hieß das ganze coincheck aber es gibt eine börse ich wusste es nicht es gibt eine japanische börse die heißt so deswegen habe ich eine tv noch hinterher geklatscht und seitdem ist es so das ist die geschichte des namens des namens quant das konnte ich weiß gar nicht wie stand denn quant zu der zeit keine ahnung ethereum classic nem nem war einer der krassesten altcoins damals 3 cent damals 16 cent nur eine sache ändert sich nicht bitcoin bleibt auf der 1 ethereum bis jetzt immer noch auf der 2 alles andere straight ist dash nem litecoin ripple ist auch noch mit oben dabei noch aber sonst habe ich noch weiter habe ich runter gescrollt hier leider nicht schade noch ein paar andere sachen gesehen was haben wir denn hier noch wie die börsen schon auch raus sahen digibyte war auch so ein halbding bit shares sehe ich hier unten noch ja waren schon wilde zeiten leute hast du eine meinung zu microstrategy nach etf genehmigung vielleicht fällt ein investment case für microstrategy für die aktien zumindest weg für weil ich glaube schon dass einige einfach die microstrategy aktie gekauft haben um bitcoin exposure zu halten man hat ja auch immer gesagt microstrategy ist wie so ein bitcoin etf und vielleicht gibt es dann outflows vielleicht aber die haben halt die halten halt so viel bitcoin und sind im profit mit cedric hast du die frage nicht schon gestellt und ich habe die ja auch schon beantwortet wie wir uns kennengelernt haben Robin hat im video gesagt das approval kann zwischen 0 und 2 uhr deutscher zeit sein kann alles sein aber höchste wahrscheinlichkeit ist nach handelsschluss ab 10 uhr bis 0 uhr reise in die vergangenheit ja das waren wilde zeiten also genau wann war das 22.07.2017 und da war schon sozusagen bullenmarkt das dürft ihr nicht vergessen also juli 2017 war schon mitten im bullenmarkt damals habe ich hier so ein ja in dem chart können wir das glaube ich gut sehen wenn wir auf dem weekly gehen juli 2017 war halt hier ne hier also mitten im bullenmarkt war das mitten im bullenmarkt mitten im bullenmarkt mitten im bullenmarkt danke Tobi cool dass du hier am start bist deswegen hat das sailor einen teil seiner aktien verkauft ja vielleicht war das ein smarter move im voraus das zu machen werden wir sehen werden wir sehen so was haben die experten gepostet hier james hat das retweetet was wir schon gesehen haben while we are waiting for the sec bitcoin i want to give a huge shoutout to ja das muss man echt sagen die beiden experten von bloomberg haben echt eine wahnsinns arbeit geleistet die letzten monate eric bolchners und james seyfert mitten im bullenmarkt mitten im bullenmarkt mitten im bullenmarkt nützt sich tradingview pro oder habt ihr alle die free version ich habe die pro version kommt halt drauf an wie viele indikatoren du nutzen möchtest wie viele charts gleichzeitig du öffnen möchtest das musst du für dich selber rausfinden starte einfach mit der free version und dann siehst du irgendwann ob du an deine grenzen kommst als konnte hast damals auch andere coins reviewt wenn ja warum heute nicht mehr ja das war so die idee damals natürlich habe ich auch über andere projekte gesprochen viel mehr als heute ich glaube über die zeit merkst du dann halt auch dass 99,9 prozent der projekte halt müll sind und dann spricht man halt auch weniger drüber das bringt weniger reichweite leider weil die leute wollen neue projekte hören wollen wissen wie man schnell reich werden kann etc aber ich bin da sehr vorsichtig klar ich spreche über ethereum ich spreche über solana wenn es wirklich fundierte sachen gibt spreche ich auch drüber aber 2017 vor allem der ico markt das habe ich aber auch nie wirklich gemacht also ico hype 2017 2018 noch war geisteskrank also wie viele icos reviewt worden sind auf youtube wo es irgendwelche deals gab bitcoin short boah auf 45.400 gefallen dump ja also 2017 2018 war schon heftig genauso heftig wie dieser dump jetzt gerade schauen wir mal was mit dem open interest gerade passiert ja ist noch mal ein bisschen runter gegangen gibt es eine news ist die frage ist irgendwo was durchgesickert ich sehe bis jetzt nichts neue meldung äh spot bitcoin liquid ever will put first real test ok was hier passiert was ist das was das haben wir doch auch schon gesehen das ist auch nichts neues vom juli 25 juli 2023 äh was passiert hier anträge cboe wurden zurückgezogen aber das die sind doch nicht echt also hier steht 25 juli 2023 was stand bei den anderen stand das auch das gleiche datum wir warten wir bis wir eine andere quelle noch gesehen haben cboe has removed the listening certificate for investment tatsächlich ok bevor wir was posten schauen wir uns aber jetzt erstmal an bis wir eine bessere quelle finden es geht nicht darum der schnellste zu sein bis jetzt sehe ich nichts bis jetzt haben auch die die wichtigen nicht gepostet ich gucke auf mein handy auch da ist nichts in dem screenshot stand filing date filing date 10 aber oben warum steht 25 juli dort scott johnson postet das das ist schon er legit was aber was hat das zu bedeuten was hat das gerade zu bedeuten das ist die frage finden wir sofort raus ich muss habe ich das andere gescreenshotet ja hier guck mal schaut mal hier hier steht 10 bei dem bei dem initialen listing dass das zugelassen ist steht hier 10. januar und bei dem zurückgezogenen steht 25. juli es ist so also die sec will ja die investoren beschützen aber was sie hier veranstalten die hätten schon den ganzen tag ganz einfach durchwinken können damit sowas nicht passiert jeder wartet drauf ich kann ich kann mir nicht vorstellen dass das echt ist das sieht echt nach einem fake aus wenn man das datum sich oben anschaut bis jetzt habe ich auch keine meldung auf dem handy posten wir es erstmal mal es geht in die meldung um das cboe die listings zurück zurück zieht zurück zieht allerdings das datum oben juli 23 nicht ähm machen wir es mal so erstmal und gucken was danach kommt geht auch wieder direkt hoch cboe spokesperson said the exchange is still awaiting sec approval for the bitcoin spot etf the news is published die sagen die warten immer noch kein statement zu der zurück zur rücknahme der listings können wir die heat maps anschauen ja können wir äh liquidation heatmap ja sucht euch aus wir haben hier unten liquidität 44.243 3 42 1 und über dem hoch hier 48.2 könnt ihr auch gerne screenshotten wenn ihr möchtet ich mache es gleich weg in 2 3 1 oder ihr könnt ja auch stoppen und zurückspulen ne also ich sehe bis jetzt auch immer noch keine seriöse quelle dass das ganze zurückgezogen worden ist bis jetzt nur dieser scott johnson juli 2013 ist nicht aktuell ja sage ich doch allerdings scheint das datum oben juli auf ein fake dokument hinzuweisen fieling date ist januar und bezieht sich auf den antrag ja aber das andere dokument was wir heute gesehen haben das hier hier steht ja 10 januar und das macht ja auch der briefkopf kommt aktuelles datum hin und nicht irgendwas was alt ist also stand jetzt würde ich sagen das ist ein fake dokument und deswegen wird das ganze hier abverkauft ja hier guck mal schaut mal hier auch extra markiert ja ist immer schwierig ne willkommen in meiner welt leute tagtäglich geht es darum informationen prüfen informationen prüfen informationen prüfen es gibt so viele infos da draußen und 90 prozent gefühlt kann man nicht gebrauchen nein das ist echt nur das datum falsch ja gut aber hier schreibt jemand cboe just mentioned that they are still waiting for the for the sec decision das ist auch keine neuigkeit natürlich warten die auf die sec entscheidung wie wir alle auch das ist auch keine neue news james sagt hier ich schaue da gar nicht so genau drauf wichtig ist 19 4b und s1 ja das stimmt auf der anderen seite wenn die zurückziehen könnte es ein indiz dafür sein dass es verschoben wird was auch immer haben das datum korrigiert ja hier ist das offizielle dokument auch januar mit drawing ja jetzt haben wir das datum korrigiert es gibt es nicht das gibt es einfach nicht wir updaten auch mal unseren post ja ich kann das gar nicht oder wo ist das ich kann das gar nicht updaten ich kann nur einen post das datum wurde geändert das dokument und ist echt und jetzt geht es wieder runter oder was was cboe das ist einer der börsen wo die etfs dann drauf laufen werden ich kann das gar nicht updaten was hat das zu bedeuten wir werden es gleich erfahren also es ist ein hin und her das ist unglaublich ne könnte natürlich jetzt dafür sprechen dass das ganze verschoben wird weil warum machen sie erst das listing ja indiz war ja dann dafür da dass man sagt okay das ganze wird durchgewunken und deswegen machen die schon mal die listings fertig jetzt ziehen sie das zurück aber bis jetzt ja auch nur von einem antragsteller das ist die beste bullshit show seit jahren um den bitcoiner und bitcoin kann nichts dafür das ist das krasse wahnsinn wahnsinn merz kann kommen ja das scheint echt echt zu sein ja wenn jetzt die ablehnung kommt ne dann fressen wir im besen dann fressen wir ein besen ich will doch einfach nur dass es los geht ich glaube alle von ja jetzt hier auch nochmal das du ne das ist ja das mail designs das ist ja die erste dass das sozusagen gelistet wird und jetzt kam eine neue dass das ganze ja krass warte mal ab wir müssen abwarten mehr können wir nicht machen i imagine cboe who were the only exchange that filed 8e asserts and said train to me were told of by ns to draw the file after green light gute theorie könnte möglich sein also nach dem motto cboe hat dir zu früh start frühen starten gelegt mit den ganzen 8a filings mit den listings bestätigungen und mit der tatsache dass sie schon auf der webseite stehen haben dass es morgen losgeht und die sec hat gesagt wartet mal bis wir überhaupt das grüne licht geben ich mache nochmal neuen post fertig damit wir das auch nochmal sauber haben was für ein zwei optionen erstens zwei optionen erstens zwei optionen erstens oder Donna um drei zwei 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 ich zeige euch direkt den tweet gleich wenn ich fertig waren Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Ablehnung oder Verschiebung steht im Raum oder die SEC hat CBIO angewiesen, Listings und Ankündigungen zum Handelsstart morgen zurückzunehmen, bis die SEC grünes Recht gegeben hat. Was für eine Shitshow, wirklich. Ihr habt es gerade auf den Punkt gebracht, hier nochmal zusammengefasst. Alter Schwede. Können wir auch hier gucken direkt. So, das ist mein Tweet jetzt. Das löschen wir, oder? Lassen wir es drin. Das ist noch der falsche, den löschen wir jetzt. So, was haben wir im Chat? Sorry, falls ich jetzt Nachrichten verpasst habe, jetzt ein paar Minuten nicht in den Chat geguckt. Schreibt gerne nochmal rein, falls ich was Wichtiges nicht gesehen habe, eine Frage nicht gesehen habe. Läuft es ja in der deutschen Regierung. Was macht der Kurs gerade? 45.600 R. Gut. Erst Datum, also erstmal macht ihr das Listing, dann zieht ihr das Listing zurück. Beim Zurückziehen macht ihr das falsche Datum drauf. Äh. Das kann man keinem erzählen. Macht keinen Spaß, so, ne? Bist du in Quanten investiert? Nein, bin ich nicht. Mein Cash auf der Seitenlinie möchte auch investiert werden, ja. 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 Manipuliert ohne Ende, ja. Gleich kommt die Entscheidung. Bitcoin ist so manipulierbar. Ein einfaches Filing hat dafür gesorgt, dass eine Milliarde geliquidiert worden ist. Wir können keine ETFs zulassen. Sorry, Leute. Ihr seid selbst schuld. Ihr seid einfach selbst schuld. Schaut euch das an. Was habt ihr da wieder gemacht? Preisspanne. Ihr habt hier wieder 500 Millionen, 550 Millionen verbrannt. Was macht ihr? Die wurden auch gehackt. Ja, nee. Nee, das ist leider nicht der Fall, weil das Ganze auf der SEC-Seite tatsächlich ist. Hier das Dokument. So, bevor wirklich was Spannendes passiert und wir es verpassen, oder ich es verpasse, ich komme in zwei Minuten wieder. Ja. 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 Einmal mit Profis arbeiten, einmal. Ich habe kurz Gary Gensler angerufen. Er hat gesagt, äh, ich kläre das schon. Er hat gesagt, ich kläre das schon. Mach dir keine Sorgen. So. Hallo YouTube. Ja, YouTube ist am Start. Grüß dich. Es ist einfach nur eine Shit-Show. Muss man, kann man nicht anders sagen. Also es ist eine Clown-Show, weil was gestern passiert ist, jetzt das schon wieder. Ich will einfach nur noch diese Zulassung sehen und dann will ich Ruhe haben, dann gucken wir uns morgen an, was passiert. Und dann ist die Sache erledigt. So, was haben wir denn noch hier? Was haben die Kollegen gepostet? ARK Investment Management. Katie Wood sagt, user hack of social media. Ja. Katie Wood sagt, das wird keine, wahrscheinlich keine, nicht dazu führen, dass was gestern passiert ist, dass es zu einer Verschiebung kommt. Das ist, äh, der Entscheidung. Ey, die hauen erstmal sechs Listings raus. Und jetzt kommen die D-Listings. Oder die Zurücknahme dieser Listings und dieser Zusagen. Zusammenfassung. Ja, viel hin und her. Viel hin und her. Bis jetzt gibt es eigentlich nichts Konkretes. Schön, dass ihr, also, das Ganze auch mit begleitet, ne. Das finde ich echt cool. 1.500 Leute. YouTube Deutschland ist online und schaut sich dieses Theater an. Ähm, ja. Echt cool, dass ihr mit hier am Start seid. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Ihr kennt das Spiel. Bevor es gleich richtig rund geht. Bitcoin steht bei 45.800. Wir sind hier runtergewickt auf 47.000, äh, 44.700. So rum. Jetzt kriege ich auch die Zahlen gar nicht mehr hin. Gleich springt ein Clown aus der Kiste, ja. Wahrscheinlich der Gary. Das ganze Leben ist ein Quiz, ja. So kann man es auch beschreiben. An entry made. CBOE ist withdrawing. What the fuck is going on? Ja. Eric Balchner sagt, das ist ein echtes Dokument. Hört sich schlimm an, ist aber nicht wirklich relevant. Sieht danach aus. Jumped Gun ist so, ist wahrscheinlich übersetzt, ja, zu früh losgelegt. Und das Ankündigen der neuen Notierung. Keine andere Börse hat so etwas herausgebracht. Daher war die SC wahrscheinlich verärgert und wollte wahrscheinlich, dass alle bis zur formellen Genehmigung zurücktreten. Wenn wir darüber hinaus etwas hören, werden wir es aktualisieren. Also sollte man nicht zu hoch kochen, das Ganze. Sowohl James als auch Eric sagen das so. Aber es ist trotzdem, ja, nicht zu fassen. Weil als SEC musst du doch wissen, ja, okay, die haben das jetzt gemacht. Die sind ein bisschen voreilig gewesen. Ein paar Stunden zu früh diese Ankündigung gemacht. Aber ihr wisst, also wenn es jetzt vielleicht zu der Zusage kommt, dann sprechen wir hier von einem Unterschied von einer Stunde. Was bringt es gerade der SEC, da Druck auszuüben auf CBOE, dass sie das zurückziehen? Das macht absolut keinen Sinn. Außer Ego und Stolz vielleicht. Außer vielleicht, dass andere Börsen sagen, hey, warum haben die das gemacht? Aber so als erste Aufgabe, als größtes Gut sollte es ja sein, du willst ja die Anleger schützen. Du willst ja, dass der Markt nicht manipuliert wird mit Meldungen, die im Zusammenhang mit der SEC, mit all diesen Anträgen stehen. Und genau das passiert halt, wenn die Druck ausüben, dass sie das zurückziehen sollen. Ja, große, ja, die kleinen werden ausgespült, die großen steigen natürlich tief ein. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie auf Levels gefallen wären, die es vorher nicht gab, ne? Also, gehen wir mal in den 4-Stunden-Chart. Das war jetzt hier ein Dampf von 1.000 Dollar vielleicht. Ja, genau, 1.000 Dollar. Es ist nicht die Welt. Es ist einfach nur, weil man merkt halt, wie der Kurs direkt darauf reagiert. Wäre der jetzt auf 30.000 US-Dollar gefallen, hätte ich gesagt, okay, da hat vielleicht der eine oder andere einen Schnapper machen können. Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie gezielt ist, um irgendwie günstig einzusteigen. Aber es ist einfach dumm. Es ist einfach nicht schlau. Ja. Es wird heute der Prank des Jahres. So sieht's aus. Ich mach mal hier nochmal einen anderen Feed auf. Okay. 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 Neues Listing hat Host gepostet. Ja. Wie das ist jetzt der Elfte, also für morgen. Ja. Also scheint's nur daran gelegen zu haben, wie es formuliert worden ist. Ja, auch geil. Also die Zulassung wird meiner Meinung nach immer noch kommen. Jetzt hier nochmal. Ne, das ist ja immer noch das andere. Es ist ja veraltet. Ich kann das alles nicht mehr, schreibt einer, ja. Hin und her, hin und her. Es kommt gleich so oder so, die Zulassung kommt. Wir müssen einfach nur fest dran glauben. Was in der Zwischenzeit passiert ist, äh, Geplänkel. Ich bin entspannt, Lucifer. Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass es abgelehnt wird. Es ist dieses Hin und Her und diese Fehler, die da gemacht werden. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Es steht ja nicht seit gestern fest, dass heute die Deadline ist für CBOE jetzt. Also gestern hatten wir, äh, das, dem, das Fiasko mit, mit der SEC und als CBOE-Börse. Du bist kein Karnevalsverein, der hier auf dem Marktplatz irgendwas macht, sondern, ähm, einer der größten Börsen der Welt. Die wissen ganz genau, heute ist die Deadline. Diese Dokumente müssen doch schon, Wochen vorher schon eigentlich fertig sein. Zumindest, ähm, die Texte mal überprüft werden. Dass du auch ganz genau reinschreibst, okay, regulatorisch ist das, ähm, abgesichert. Wir warten darauf, dass die SEC das Ganze macht. Das ist einfach krass, wie gearbeitet wird. Guck mal, jetzt ist auch noch diese Acceleration auch noch zurückgezogen. Also, dass man hier diese beschleunigte Aufnahme auf die Börsenlistings macht. Das ist als Pending jetzt, ja. Okay. Das hat nichts mit der Ablehnung zu tun. Die, ähm, waren der SEC einfach zu schnell. Ja, danach sieht es gerade aus. Was macht Bitcoin? Steht gerade bei 45.800. Ja, auf der anderen Seite, wir regen uns jetzt auf, ne. Ich habe auch irgendwo die Befürchtung, dass es danach wieder sehr ruhig werden könnte, ne, im Markt. Updaten wir mal. Das auch. Update. Und CBOE hat nun die Listings als Pending klassifiziert. Und Also, nur Formalitäten. Was haben wir noch? Jadon Sancho ist in Dortmund gelandet. Ganz wichtig. Erstmal ein Schockbärchen. Gönn dir. Adonit, kann ich nichts zu sagen. Keine Ahnung. Future ETF, kein Problem. Spot, nur Probleme. Ja, weil die ganz genau wissen. Dann gibt es kein Zurück mehr. Dann ist Bitcoin angekommen. Ah, hier ist auch, hier habt ihr mich auch getaggt. Super, danke. Bitcoin-Spot ETF approved durch Zuma. Woher kommt die Info? Ist das approved? Ist das approved? Ist das approved? Bitcoin geht auf jeden Fall hoch. Alle posten gerade. Ja, ist approved. Also, wenn alle das gerade jetzt posten. Ich will aber noch die primäre Quelle sehen. Ja. Genau, um 17 Uhr vor. Bitcoin ETF zugelassen. Es ist soweit. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind dabei. Wir haben es nicht verpasst. Wir haben es bis zum Ende geschafft. Ei, ei, ei. Ich will das offizielle Dokument noch sehen. Spot ETFs approved. The news published. Ja, okay. Wir sind dabei. Endlich. Endlich ist es durch. Ich will aber das offizielle SEC-Dokument sehen. Kann mich da jemand taggen, falls ihr es seht? Seht. Es wäre auch witzig, wenn jetzt irgendeiner das losgetreten hat. Und es stimmt nicht. Es schreibt einer. ETF ist zugelassen. Diesmal haben sie es nicht getweetet. Es muss also echt sein. Wo ist die Rakete? Die Rakete ist auf jeden Fall gerade ein bisschen weiter nach unten. Keiner traut dem Braten gerade. SCNBC retweetet das sogar. Also wird schon richtig sein. Ich habe aber die Primärquelle auch nicht. Bis jetzt. Rap Matrix Report. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Keiner traut dem Braten, ne? Das ist so witzig. Was macht? Bitcoin, ja. 45.500. also dass alle alle bots vor allem triggern das ist da muss irgendwo sagt schnell ich kann gar nicht mehr reden so ich bin voll aufgeregt etf ist zugelassen dass irgendein dokument eingereicht ist oder hochgeladen ist deswegen triggern halt diese ganzen bots wie db und hier ist der it is therefore order that proposal commission da ist es doch ich hab's ja das wort order wo hat er dieses zitat her in diesem dokument finde ich es nicht da steht das ganz oben irgendwo kopieren wir den link das auf jeden fall die quelle kein dump kein pump was passiert bitcoin steht bei 45.800 ich glaube viele können es noch nicht glauben hier ist auch der screenshot jetzt ist der verordert warum findet er das bei der suche nicht 19 4b 2 ist approved approved kann ich hier noch suchen findet er auch nicht also es ist ja aber ist auf jeden fall da also es ist aber eth pampt 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 wirklich jetzt ja jetzt wieder alle jetzt geht es um etr wir machen live streams um etr etf machen wir auch alles seid bereit für fake news und fake dokumente und falsche dokumente und überlegt euch noch mal zehn minuten vorher muss das cboi jetzt das ganze zurückziehen kommen was ein witz ja das ding ist durch leute nach 15 jahren bitcoin ist der etf zugelassen große überraschung ist es nicht gott sei dank müssen wir nicht bis 0 uhr warten es ist sogar vor 10 uhr gekommen also die theorie mit nach handelsstart hat auch nicht gestimmt schauen wir aber weiter mal auf den kurs ich hätte mehr volatilität erwartet fünf minuten ja wir beobachten das jetzt erstmal weiter lasst gerne an der stelle ein like da für den etf für den stream falls euch der stream gefällt für all diejenigen die es noch nicht mitbekommen haben morgen wird es einen live stream geben der noch viel wichtiger ist aus meiner sicht wenn der handelsstart dann beginnt 15 30 handelsstart wir werden wahrscheinlich halbe stunde stunde vorher loslegen und dann werden wir ganz genau drauf schauen wie viel geld fließt da rein was für ein volumen ist da deswegen gerne hier den kanal abonnieren dann verpasst ihr das ganze nicht generell auch die update videos zu bitcoin kryptos et cetera das verpasst ihr alles nicht so it's over wenn eric bald schreibt order granting accelerated approval it's over thank god es ist vorbei hier ist das sec dokument noch mal ich habe es ja auch unter meinem tweet hier runter gepostet ihr könnt da draufklicken dann sollte es gehen geht nicht haben die es runter genommen das wäre es jetzt haben die es wieder runter genommen okay hier ein guter hinweis vielleicht zu viel zugriff und deswegen runter aber der link geht auf jeden fall nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann einfach nicht mehr aber ist ja auch egal also wenn das da einmal drin war dann ist das ding zugelassen ob jetzt oder in zehn minuten und dann die gönnen uns nichts ne sec webseite wurde gehackt jetzt kommt sec webseite wurde gehackt ich kann das nicht mehr leute in drei tagen in drei jahre gealtert hey 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 diamond hands ich konnte leider nicht früher kommen da ich bis jetzt arbeiten muss dadurch davon ausgehen dass die kuh vom eis ist ich schaue mir den stream dann nochmal ja wenn du den ganzen stream dir anschaust dann respekt erstmal vielen dank für die zehn euro und herzlich willkommen eigentlich ist das ding durch das dokument ist nur verschwunden hier ist das dokument ich habe es noch offen aber von der sec webseite es ist verschwunden jetzt gerade jetzt kannst du keinem erzählen also nicht geprüft hey jetzt müssen wir so lange drin bleiben bis bis hier das dokument wieder ich bin sprachlos ich bin einfach sprachlos ich weiß echt nicht was ich noch dazu sagen soll kann ich hier nicht nur feier gänzer der kommt vom herzen der post der muss einfach weg der typ das wird noch verfilmt wir sehen uns noch hier auf netflix hier mit etr mit twitter timeline bitcoin spot etf crypto twitter ok grayscale sagt hier einem happy zu also die zulassung ist da aber dass das dokument verschwindet dass noch da keinen zugriff zu hat also sie sagen hier grayscale hat die zustimmung bekommen dass sie hier das ablässigen von dem share machen können also die zulassung sollte auf jeden fall die zulassung sollte auf jeden fall durch sein kann man auch wenn das dokument gerade wieder runter genommen worden ist grayscale bestätigt die zulassung ebenfalls geht's wieder ne geht immer noch nicht stefan kommst du drauf er ist da also es kann nicht sein das kann einfach nicht sein dass das passiert so es kann es einfach nicht sein wir begleiten das weiter feierte ss kann man auch machen ja komplette belegschaft kündigen es ist dann es ist dann der proof wenn es auf dem ss account of x gepostet wurde hier sind noch einige spät zünder es ist einfach naja der link geht bei mir bei mir nicht ja wahrscheinlich ist es echt technisch dass zu viele drauf drauf wollen und dass die dass der link limitiert ist ist doch da bei mir nicht bei euch im chat habt ihr mal drauf geklickt was passiert eigentlich im chart das gibt es ja auch noch da passiert nichts ich glaube einfach die leute ist einfach so verunsichert link geht bei mir okay ist da link geht warum geht es bei mir nicht ich sehe es ja live also bei mir geht es einfach nicht also ich habe das feuer aufgekriegt aber jetzt geht es halt nicht mehr das ist ja nicht nur bei mir so ihr habt ihr in der timeline gesehen ganz viele leute kommen da nicht mehr drauf aber die zulassung ist durch aber die nehmen uns einfach die freude daran link geht okay probier mal anderen browser den 800 mal gepostet ich probiere es mal bei mir am handy einfach das ist glaube ich an der posten ne also bei mir am handy geht es auch nicht also ist genau das gleiche ich wurde geblockt von der sec weil ich gesagt habe feuer gänzler egal leute die 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 sache ist auf jeden fall durch also das wäre es ja jetzt wenn die webseite gelegt worden ist aber es wird schon nicht der fall sein wie gesagt grayscale spokesperson hat da auch noch mal das ganze bestätigt ob 2000 zuschauer schaffen wir noch ja teilt gerne den stream haut gerne like drauf wie gesagt wenn euch der stream hier gefällt nicht alle tage dass wir in bitcoin spot etf eine zulassung dafür zumindest sehen filmreif auf jeden fall das ganze auch bei mir geht es auch nicht ja es ist irgendwas technisches es ist offiziell das etf ist durch ja die etf ist auf jeden fall durch gbtc now get close wall street engage we're on the final phase of multi decade war echt ist das direkt auf null gegangen das krass können wir uns mal direkt angucken ich weiß nicht ob mein chart das direkt zeigt ich glaube dass man der chart hier ist noch hier ist noch ein minus drei prozent aber ich glaube über bloomberg terminal etc hat man schnellere daten ja macht ja auch sinn dass man die arbitrage möglichkeit nutzt kein discount mehr dann url geändert mir das jemand geschickt die dachten sich ja wir machen jetzt die zulassung aber wir lassen die nicht wirklich so freuen dass sie ein bisschen noch zittern langweilig war es auf jeden fall nicht oder langweilig war es auf jeden fall nicht noch mal der hinweis morgen 14 30 15 uhr wieder ein live stream viel viel wichtiger meiner meinung nach dass heute die zulassung kommen also dass er kommt war ja klar deswegen wird es halt morgen wichtig wie beginnt der handelsstaat mit den bitcoin spot etf das werden wir uns auch ganz genau zusammen anschauen aber wir bleiben auch noch ein bisschen drin schauen mal wie das hier weitergeht werden wahrscheinlich auch ein paar neue informationen gleich kommen der chart wird irgendwann auch noch ein bisschen wahrscheinlich darauf reagieren wenn ein bisschen ruhe einkehrt das mit cboi das ist auch ein witz das ist wie viele minuten man dazwischen 20 dass sie hier diese formalität klären mussten vorher was macht eth bei 2484 ist auch jetzt nichts will es passiert weniger volatilität als gedacht wieder da wieder da ja ich glaube bei einigen ist er da bei einigen nicht hier ist der link von mir noch mal also bei mir geht es halt immer noch nicht aber ist auch egal ist auch egal das ist ja auch nicht der aktuelle link ja jetzt posten alle halt webarchiv oder andere seiten wo das hochgeladen wurde wir haben das dokument ja noch aber es ist halt nicht mehr über die sec zu erreichen gerade bei mir zumindest ich glaube bei einigen schon bei einigen nicht aber das ding ist durch herzlichen glückwunsch wir haben den etf große überraschung ist es nicht aber wir haben den etf morgen gibt es auch noch stimmt daniel vielen dank jetzt fast vergessen morgen gibt es auch noch us-inflation doppelt doppelt also morgen auf jeden fall einschalten leute 14.30 gehe ich dann live 15.30 beginnt dann das trading 14.30 ist inflationsdaten oder ist 15.30 das können wir gleich ich gucke mir das mal direkt an morgen wie absolut wichtig guter hinweis ja 14.30 inflationsdaten ich komme vielleicht dann kurz vorher online und dann schauen wir uns die inflationsdaten der markt wird vielleicht darauf reagieren 15.30 müsste dann der handelsstart für den etf sein morgen ja eric schreibt hier das finde ich auch das darf man nicht vergessen grayscale hat eine riesen arbeit geleistet ich weiß da draußen wird immer darüber diskutiert ja die ganzen sec rechtsstreite und ja die sec hat recht das ist ein wertpapier klar bei wertpapier fragen kann man sich das kann man diskutieren aber grayscale hat wirklich hat geld in die hand genommen hat sehr lange gegen die sec gekämpft und ich glaube auch grayscale ist mit am meisten dafür verantwortlich dass wir diese zulassung bekommen haben weil sie recht bekommen haben vor gericht gegenüber der sec dass die entscheidung das nicht anzunehmen das nicht anzunehmen dass die wollten ja schon viel vorher umgewandelt bekommen ihren trust das war ein riesen schritt und dadurch haben wir auch die zulassung erst bekommen das darf man echt nicht vergessen was haben wir sonst das haben wir schon gesehen ach es geht wieder sec seite jetzt geht es auch sogar bei mir ja keine wolle weil alles eingepreist war die zulassung wie gesagt es ist keine neue information ich glaube jeder ist davon ausgegangen dass die zulassung kommt morgen wird es interessant die nächsten sieben tage die nächsten vier wochen wie viel geld fließt wirklich in diese etfs rein wenn es mehr ist als das was erwartet wurde im vorfeld dann werden wir natürlich positive reaktionen drauf sehen wenn jetzt morgen nur eine million rein fließt dann könnt ihr alle auf den sell knopf drücken dann geht es richtig abwärts das wird richtig spannend sein wie wie der markt drauf reagiert und wie die nachfrage aussieht am ende des tages weil darauf kommt sie am ende an wir wollen organische nachfrage durch die etfs wir wollen dass die vermögensverwalter die pensionskassen die versicherer nachfrage gegenüber bitcoin zeigen und dass da geld investiert wird dass us dollar liquidität rausgezogen wird und in bitcoin investiert wird spot bitcoin gekauft wird und das werden wir erst erfahren wenn diese etfs an den start gehen womöglich dann morgen um 15 30 wie kannst du drei chats nebeneinander aufstellen das ist das pro deck von twitter da kannst du sehr viele sachen machen also ich habe hier so arbeite ich tatsächlich sorry so arbeite ich tatsächlich den ganzen tag mit einem fenster komplett mit ja diesen spalten offen teilweise ein bisschen anders ich habe es ein bisschen umgestellt für den stream aber ja das nutze ich schon sehr gerne weil du dann alles auf den blick hast so bloomberg intel may break was sagen die blackrock may break the first day flow ja ist das die frage ist ist das nicht für die erste woche eigentlich gewesen werden wir sehen morgen ob wirklich zwei milliarden alleine durch blackrock reinfließen und was für ein effekt das haben wird us bitcoin asset potential base on canada europe aber was für ein zeitraum soll das jetzt sein total assets in billions ach so das ist einfach mal verglichen ok werden wir sehen speicher das mal ab et 2.500 danke für den hinweis ja neues hoch ja jetzt wird es darum leute ich hoffe ihr habt dieses video gesehen prognose 2024 ich habe hier in titel geschrieben top altcoin ich glaube viele haben erwartet dass ich irgendein low cap euch sage es ging genau über dieses thema ethereum wird in den nächsten monaten vor allem bis ende mai hin im fokus stehen bezüglich eines spot etfs weil die anträge von blackrock von fidelity von den gleichen antragstellern die sind schon alle eingereicht und die finalen deadlines sind ende mai und wenn bei bitcoin geld reinfließt wenn die nachfrage wirklich da ist dann wird der fokus dann irgendwann auf ethereum gelenkt werden weil genau das was wir jetzt in den letzten tagen wochen ja ein zwei monaten erlebt haben mit dem front running mit dem hype um das ganze thema werden wir dann bei ethereum sehen schaut euch gerne dieses video an falls ihr es noch nicht gesehen habt auf welcher grundlage kam jetzt die aussage nehme ich habe erst vor zehn minuten eingeschaltet nur wegen dem miss doc ja das ist ein offizielles dokument aber von der sec auf der sec webseite und hier steht auch drin dass das ganze approval dass das ganze approved ist was aber jetzt eigentlich noch fehlt ist das darf man halt auch nicht vergessen was ist mit den s1 anträgen damit das überhaupt an den start gehen kann das posten wir jetzt auch noch mal wichtig nicht zu vergessen vergessen dass die s1 träge ebenfalls noch für den handelt stark morgen genehmigt werden müssen oder wurden die s1 anträge wurden noch nicht genehmigt oder ist noch nicht fix heute das hat bestätigt ja heute das alles ding ist durch dass die s1 einfach noch für den ist schon noch nicht fix das mal als vollständigkeits halber was ist s1 feiling kurz erklärt es gibt zwei wichtige anträge einmal das 19 4b feiling das ist das wo wir schon das approval haben das ist auch das wichtigste innerhalb der sec gibt es verschiedene abteilungen und die eine abteilung schaut sich 19 4b an die andere s1 und die s1 zulassung fehlt halt noch das gehört so weit dazu aber soll zu folgen und je länger das dauert eigentlich wäre es ich vergesse auch immer ein wort danke für den hinweis noch nicht fix verstanden nicht fix danke da seht ihr mal wie viele da zustande kommen ja es kann auch sein dass theoretisch in der regel ist es sogar so dass diese s1 feilings teilweise wochen dauern können wäre aber natürlich jetzt nichts negatives weil approval ist durch das werden sie nicht mehr kippen können frage ist halt die s1 feilings dürfte auch nicht vergessen die wurden ja erst gestern zuletzt noch mal eingereicht die letzten aktualisierungen seid ihr das alle die hier direkt liken es geht ja richtig ab im moment auf twitter seid ihr nebenbei auch auf twitter und haut direkt auf den like knopf oder yes okay sehr gut weil s1 steht hier nicht drin oder nee aber ich kann auch hier nicht richtig suchen in diesem dokument ich verstehe das auch gar nicht 19b ja doch 19b kann ich suchen s1 kann ich nicht suchen steht auch nix zu s1 nur 19 4b 19 4b 2 19 4b na klar leiten wir sehr gut dank für den sport etha plus zehn prozent etha geht steil mehr emotionen wir hatten schon emotionen dann wurden wir kurz hier dann wurde uns bisschen wind aus den segeln leider genommen was soll ich euch sagen dokument weg dokument wieder da feiling zurückgezogen hast du eine kanalmitgliedschaft nein habe ich nicht wie gesagt falls ihr mich unterstützen wollt einfach gerne mit likes egal ob auf twitter folgt mir auf twitter falls ihr es noch nicht getan habt aber ich glaube jeder sollte schon wissen dass auf twitter man am schnellsten infos kriegt wie gesagt lasst gern leichter abonniert den kanal und wenn ihr darüber hinaus mich noch unterstützen möchtet da hier sind die plattform in der video beschreibung die ich nutze für sport findet ihr hier mit war wo beispielsweise günstigste oder auch bing x zum traden sonst braucht ihr keine spenden oder kanalmitgliedschaften das dokument war die ganze zeit da das dokument war die ganze zeit da aber das wie gesagt das ding ist durch leute darüber brauchte ich kein kopf machen jetzt geht es nur darum da halte ich euch natürlich auf dem laufenden jetzt erst mal noch weiter im live stream machen bestimmt noch ein bisschen zumindest bis was bis noch was los ist auf dem fernseher das ist auch mal eine interessante frage das wollte ich euch schon immer mal fragen vergesst das jedes mal worüber schaut ihr euch die videos und jetzt diesen live streamen hier wie crypto exe auf dem fernseher oder auf dem handy sonst immer generell oder pc laptop fernseher ich viele fernseher laptop laptop gameboy ja gameboy macht sinn tablet auch auch nicht schlecht gästeklo mit led tv läuft bei dir tv und dann auf smartphone gewechselt drei geräte gleichzeitig beamer handy tablet tv am laptop ja schon unterschiedlich aber echt viel mehr leute am fernseher als ich gedacht hätte direkt hier bei twitter antworten tablet und tv auch nicht schlecht nicht fehlt in dem letzten satz ja du hängst noch ein bisschen her hinterher aber ich kann gar nicht mehr reden vr brille auch cool smartwatch alles steigt außer bitcoin sieht danach aus gerade wie sieht es hier ja nicht alles aber eth eth ich habe es euch gesagt also es sollte keine überraschung sein ich hätte nicht gedacht dass es so schnell geht ehrlich gesagt muss ich auch sagen ich hätte gedacht dass dort vielleicht ein paar wochen man sollte ja auch schon ein bisschen irgendwie schauen ob da wirklich geld rein fließt aber wo habe ich das hier da haben wir genau darüber gesprochen wenn das mal laden würde jetzt hängt alles hier seht ihr auch nochmal die deadlines finalen deadlines wieder wenn das ist kein aktuelles bild also die nächste deadline müsste glaube ich irgendwann im februar sein muss ich nochmal gucken aber es wird eh wahrscheinlich wieder darauf hinaus laufen dass wir bis zur finalen deadline das ganze sehen aber an sich ist ja alles angerichtet ist alles angerichtet ist eigentlich kein großer unterschied zu bitcoin wenn man den eth etf zulassen möchte man muss nur bitcoin und eth das wort ändern was passiert wenn die s1 abgelehnt wird das kann eigentlich nicht also das ist noch nie passiert soweit ich weiß also wenn dann gibt es wieder änderungswünsche und die haben wir ja schon die letzten tage sehen da wird der tag und nach gearbeitet deutet wirklich gar nichts darauf hin dass das irgendwie ja so kommen könnte also und 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 ihr habt noch mehr fotos hier ist auch geil mit dem handy noch drin noch weihnachtsdeko alle am start heute haben schon 10 januar was gibt es neues hier kann man wieder hier auf folge ich gehen da ich glaube das ist ein bisschen spannender m m m m Was ist aber der Kommission gedenkt? Ich übersetze direkt vor euch mal. Die Kommission ist aber der Ansicht, dass die Vorschläge, wie auch die anderen Kommission genehmigten Spot, Rohstoff, ETPs, angemessen darauf ausgelegt sind, eine faire Auflegung von Informationen zu fördern, die möglicherweise erforderlich sind, um die Aktien der Trust angemessen zu bewerten, um den Handel zu verhindern, wenn diese angemessen ist. Das Maß an Transparenz kann nicht gewährleistet werden, um wesentliche nicht öffentliche Informationen über die Portfolios zu schützen und faire und... Was soll das jetzt bedeuten? Woher sprechen wir hier? Ja, ein paar Kommentare noch zu CME gegeben. Das ist jetzt aber auch nichts... They done fucked up again. Ja, nichts Relevantes, glaube ich, erstmal. Was findest du witzig? Ja, vielleicht werden wir auch irgendwann so sitzen, irgendwann in 10 Jahren, also nicht so sitzen, sondern irgendwann mal irgendwo sitzen und uns denken, wo waren wir? Und dann könnt ihr euch hier an diese Fotos erinnern, die ihr gerade hier... Genau, CryptoExer. Wir waren alle dabei, Hammer. ETF-Zulassung ist doch wie Weihnachten. Weihnachten gibt es jedes Jahr, ETF-Zulassung für Bitcoin gibt es nur einmal im Leben, glaube ich. Oder zweimal, wenn man gestern, wie gesagt, noch mit einberechnet. Ja. So, der Kurs macht jetzt auch nichts Wildnis mehr, tatsächlich. Wo würdest du Zul sehen bei einem eigenen ETF? Müsste ich echt raten. Also Zulana ist sowieso gestiegen. Also auf jeden Fall wahrscheinlich dann auch neue Allzeithochs, ne? Ein Soli-ETF ist schon in Planung. Wäre auch der nächste logische Schritt, meiner Meinung nach. Wenn man sich so die Nachfrage von Institutionellen anguckt, ist nach ETH immer Sol an dritter Stelle. Ich verstehe nicht, wieso einfach niemand darüber spricht, wann es an den Start geht. Normalerweise sollte es morgen an den Start gehen, S1-Zulassung fehlt noch, ist aber auch eigentlich nur eine Formalie. Wird wahrscheinlich noch jetzt in den nächsten Stunden kommen. Und dann kann es morgen um 15.30 Uhr zum Handelsstart an den US-Börsen losgehen. Und wie gesagt, das Streamen wir morgen, das ist meiner Meinung nach wichtiger, als was heute passiert ist. Die SEC hat sich vertan, ETH ist approved. Ja, so tradet das auf jeden Fall gerade. Wenn man sich die Kurse anschaut. April dann der ETH, ETH. Ja, ich denke mal im Mai dann, ne? Ende Mai ist dann die Deadline. Die erste finale Deadline, 23. Mai. Dann wird es da spannend. Halving haben wir im April, erste Zinssenkung im März. Es werden noch spannende Monate, Leute. Die nächsten Wochen und Monate werden interessant. Order has officially hit the front-facing part of the... Ja, das ist auch jetzt hier drin. Alle durch. Äh, neu. Hearing from source. Close to the Bitcoin-Spot. You have seen that. The answer is not yet. Interessant, dass eine Handvoll Antragsteller noch gar nichts von der SEC gehört haben. No, er werden die... Okay. Einige Antragsteller haben noch nicht mal eine Antwort bekommen. Und die haben diese Dokumente gar nicht erhalten. Super. Sie wollen uns zittern lassen. Sie wollen nicht, dass wir heute schlafen, glaube ich. Und das Dokument ist wieder weg. Ich überprüfe das gar nicht mehr. Da ist der Link. Ne, das Dokument ist nicht weg. SEC-Faxleitung blockiert. Wären wir in Deutschland? Äh, wäre es in Deutschland, wäre es wahrscheinlich, aber... Was gibt es hier dazu? Was gibt es hier dazu? Was gibt es hier dazu? Sonst kommt gerade auch nichts Neues mehr. Kurse machen nicht viel. Genau, das haben wir gerade auch gesehen, dass das jetzt auf der Webseite bestätigt ist. Was gibt es hier dazu? Echt wenig Volatilität hätte ich nicht gedacht, dass so wenig Volatilität, also so Wind aus den Segeln genommen mit hin und her, gestern schon, heute, vielleicht war das auch das Ziel, weiß ich nicht. Wie wird das am Wochenende laufen? ETF nicht handelbar, Bitcoin schon, übel dumm für ETF-Holder, oder? Ja, so wird es sein. Die klassischen Börsen haben zu. Und da muss man halt, wenn man kurzfristig denkt, glaube ich, geht man eh nicht in den ETF rein. Aber übers Wochenende kann man dann natürlich nicht so schön reagieren. Vielleicht bekommen wir dann mal wieder diese alte Wochenend-Action, die wir früher immer wieder hatten. Irgendwie seit ein, zwei Jahren am Wochenende ja gar nichts mehr los, vor allem durch die Korrelation mit den Aktienmärkten, höchstens mal Sonntagnachts, wenn kurz vor der neuen Woche ist mal Volatilität reingekommen. Aber vielleicht dadurch gibt es dann wieder mehr Interesse, dass man den Kurs in die eine oder andere Richtung lenkt, weil die ETFs dann nicht handelbar sind. Guter Punkt, da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Naja, sieht so aus, als wäre ETH approved worden. Was hat Saylor der SEC gesagt? Looks like we will need six confirmations before we cancel. Okay. Okay, sieht gut aus. Der Kurs von Bitcoin sieht nicht so gut aus. Der ist auch gut von Holger. I was told there would be a God candle. Siehe ich dann auch raus gerade. Ah, jetzt hat auch hier James das gleiche geschrieben, was wir jetzt vor, glaube ich, 10, 15 Minuten gesagt haben. Jetzt brauchen wir nur noch das SE1 Approval, damit das morgen dann starten kann. Hat aber jetzt nicht gesagt, wann er das erwartet. Was hat er denn nicht gesagt? Nein, das hat er jetzt nicht gesagt. Oh mein Gott. Gary Gensler sagt. Gary fucking Gensler sagt. Obwohl wir heute die Notierung und den Handel bestimmter Spot, ändern wir das mal in ETF um, Anteile genehmigt haben, haben wir Bitcoin weder genehmigt noch unterstützt. Shut the fuck up, man. Heute wird aus dem Herzen gepostet. Bloomberg TV live. Ist er ja gerade live da, oder was? Ist er wirklich live? Das können wir uns noch anhören, wenn er gerade live ist. Gensler commission approved the listing and trading of a number of... Ja, das hat der jetzt auch nochmal beschädigt. Ich gucke gerade, ob das live ist. Dann können wir uns das anschauen. Das wäre nochmal interessant zum Abschluss, was der Held zu sagen hat. Ich gucke gerade. Bloomberg wartet auf... Gibt es einen YouTube-Stream, wo das läuft? Schau, Bloomberg TV. Da ist aber kein Gary Gensler gerade. Da wird auf jeden Fall über Bitcoin gesprochen, aber... So ein Interview von dem fände ich schon nice. SEC-Statements. SEC... Nee. Hat Gary Gensler auf Twitter was gepostet? Wo kommen diese Statements her? Wo kommen diese Statements her? Ist eigentlich auch nicht so wichtig, was der Kollege zu sagen hat. Ah, hier. Danke. Nee, das ist Grayscale. Falsch. SEC-Statement. Da. Okay. Wir machen das anders. Bevor ich jetzt hier live übersetzen muss und komplett durcheinander komme. Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Das ist interessant. Was sagt der Kollege? Fangen wir an. Heute hat die Kommission die Notierung und den Handel genehmigt. Ich habe oft gesagt, dass die Kommission im Rahmen des Gesetzes und Auslegung des Gesetzes durch die Gerichte handelt. Ja, ja. Seit dem Vorsitz von Jay Clayton im Jahr 2018 bis März 2023 hat die Kommission mehr als 20 Anträge auf Börsenregeln für Bitcoin-Spot-ETPs abgelehnt. Einer dieser Anträge, der von Grayscale eingereicht wurde, sah die Umwandlung des Trusts vor. Wir sind nun mit einer neuen Reihe von Anträgen konfrontiert, die denen ähneln, die wir in der Vergangenheit abgelehnt haben. Die Umstände haben sich jedoch geändert. Der US Court of Appeals, bla bla bla, entschied, dass die Kommission es versäumt hatte, ihre Gründe für die Ablehnung der Notierung des Handelts. Das ist von Grayscale vorgeschlagenen ETPs angemessen zu erläutern. Genau das meinte ich gerade. Grayscale, Riesenschritt getan für den ETF. Das Gericht hob daher die Grayscale-Verfügung auf und verwies die Angelegenheit zurück an die Kommission. Aufgrund dieser Umstände und der in der Genehmigungsverfügung näher erläuterten Umstände halte ich es für den nachhaltigsten Weg, die Notierung und den Handel mit diesen Bitcoin-Spot-ETPs-Anteilen zu genehmigen. Machen wir mal die nächsten Parts rein. Wo war das jetzt? Also nach dem Motto, wir haben den Gerichtsfall verloren. Deswegen blieb uns nichts. Ich habe doch das andere kopiert. Bis wohin hatte ich das denn jetzt kopiert? Kommission Elevates. Und hier haben wir nochmal die beiden Absätze. Schon interessant, dass sie da nicht gegen kämpfen wollten. Wichtig ist, dass die heutige Maßnahme der Kommission auf ETPs beschränkt, die nicht ein Wertpapier, nämlich Bitcoin, halten. Okay, nochmal hier ganz klar formuliert, Non-Security-Commodity-Bitcoin. Sie sollte in keiner Weise die Bereitschaft der Kommission signalisieren, Börsennotierungsstandards für Crypto-Asset-Wertpapiere zu genehmigen. Die Genehmigung sagt auch nichts über die Ansichten der Kommission hinsichtlich des Status anderer Crypto-Assets im Rahmen der Bundeswertpapiergesetze oder über den aktuellen Stand der Nicht-Einhaltung der Bundeswertpapiergesetze. Über bestimmte Crypto-Asset-Markt zählen ja mal aus. Also da grenzt er sich nochmal klar ab zwischen Bitcoin und Crypto-Assets. Wie ich bereits in der Vergangenheit gesagt habe und ohne einen bestimmten Crypto-Vermögenswert vorzugreifen, ist die überwiegende Mehrheit der Crypto-Vermögenswerte unterliegt. Das ist interessant. Er sagt hier, das ist das Originalmusik. Er sagt, das ist schon was Neues hier, was er sagt. Er sagt, die meisten, er sagt, die Mehrheit sind Wertpapiere. Früher hieß es, früher hieß es immer, alles außer Bitcoin sind Wertpapiere. Das ist schon eine sehr interessante Aussage. Das ist eine deutliche, also, ja, daraus brauchen wir jetzt keinen Tweet machen, glaube ich, aber das finde ich sehr interessant. Das finde ich wirklich interessant, weil vorher hieß es immer Bitcoin und alles andere nicht. Und jetzt kann er sich anscheinend nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich würde das schon gerne zusammenfassen. Ich finde das schon interessant. Das ist eine deutlich andere Aussage als vorher. Also, er sagt, Gary Gensler in seinem Statement zur Bitcoin-ETF-Zulassung Die Übersetzung Die Mehrheit Die Mehrheit Der Crypto Assets Sind Wertpapiere Bislang hieß es Immer alles außer Bitcoin Das sind Wertpapiere Er kann sich scheinbar nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen Bezug auf den möglichen Ethereum-ETF Eine spannende Aussage Also, das finde ich echt spannend. Das ist auf jeden Fall etwas Neues. ChatGPT, klar kann man das hier zusammenfassen lassen von ChatGPT, aber ich finde die eins... Also, das kommt ja auf die Details an. Das hätte mir ChatGPT ja nicht rausgesagt schnell. Das hätte er ja nicht unterstrichen oder mit reingenommen. So, dann packen wir nochmal zwei Absätze rein. Anleger können bereits heute Bitcoin Bei einer Reihe von Maklerhäusern über Investments am nationalen Wertpapier, bla bla bla, über nicht konforme Krypto-Exchanges und natürlich über Grayscale Bitcoin-Trust kaufen, verkaufen oder sich andersweitig an Bitcoin beteiligen, die heutige Maßnahme, bestimmte Schutzmaßnahmen für Anleger beinhalten. Erstens müssen Sponsoren von Bitcoin-ETPs vollständige faire und wahrheitsgemäße Informationen über die Produkte bereitstellen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Egal, was in einem ETF drin ist. Die Anleger von diesen ETPs werden von der Aufentlegung in öffentlichen Registrierungserklärungen, von diesen ganzen Prospekten natürlich profitieren. Das sind, glaube ich, jetzt alles so Standardsachen. Zweitens werden die Produkte an registrierten Wertpapierenbörsen, genau. Die regulierten Börsen müssen über, ja, Regulierung, auch nichts Spannendes. Darüber hinaus wird Kommission jeden Betrug, bla bla bla. Auch solche, die über Social-Media-Plattformen abgewickelt werden, zum Beispiel Twitter, sage ich da nur. Diese regulierten Börsen verfügen auch über Vorschriften. Okay, er sagt das, er verkauft das jetzt so. Ja, das ist eigentlich eine gute Entscheidung, weil jetzt kann das über geregelte Marktplätze, also geregelte Börsen laufen. Ach ja, guten Morgen. Wo wart ihr denn vorher? Das ist, glaube ich, alles dann nur noch third, also regulatorisch. Alle, dass sie alle gleich starten werden. Ja, und hier steht dann nochmal, dass Bitcoin immer noch spekulativ ist, volatil und vor allem auch für illegale Aktivitäten, ja, Ransomware, Erpressung, Geldwäsche, Sanktionen umgehen, etc. pp. Und hier das, was wir gerade schon gesehen haben, obwohl wir das approved haben. Aber die spannende Aussage daraus ist tatsächlich, dass er sagt, die Mehrheit, die Mehrheit der Cryptoassets sind, sind Wertpapiere und nicht alle außer Bitcoin. Das ist ein Indiz dafür, dass der ein oder andere ETF vielleicht folgen könnte. Das ist schon interessant, dass er das so formuliert, das gab es so in der Form nicht vorher. Das gab es so in der Form nicht. XRP-ETF war gestern natürlich auch im Gespräch, aber bei XRP wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Weil Teilverkäufe ja auch nicht, also die haben ja den Fall nicht klar gewonnen, XRP bzw. Ripple. Es gab ja da eine Unterscheidung zwischen Privatverkäufen, Institutionellenverkäufen, etc. Ja, es ist auch nicht Sell-the-News-Event, es passiert einfach gerade gar nichts. Gehen wir mal raus hier, also wir sind in einem Abwärtstrend, vor allem seitdem gestern, ja, die Fake-News rauskam. S&P 500 performt ziemlich gut und Bitcoin fällt. Das ist auf jeden Fall erstmal etwas Negatives. Wie sieht Open-Interest aus, das können wir uns auch nochmal anschauen. Ich frage mich, ob da Leute echt Long-Positionen aufgebaut haben. Wann haben wir die Entscheidung bekommen? Machen wir 5-Minuten-Chart. Ja, hier so um den Dreh ist auch, das meine ich, ist auch nicht wirklich viel dazugekommen. Deswegen gab es jetzt auch keinen großen Weg nach unten erstmal. Keine überhebelten Positionen. Irgendwie, natürlich durch die Meldung gestern, dann im Voraus, Dokument wird geändert, wird zurückgezogen. Dann kommt Approval, Bestätigung, das Dokument der SEC ist auf einmal nicht da. Einfach komplett den Wind aus diesem Event, aus diesem Moment genommen. Weil diese Emotionalität auch ein bisschen flöten gegangen ist. Ja. Habe ich wieder einen Schreibfehler? Boah, das ist echt spät. Wertpapiere. Ist so richtig, oder? Ach, hier oben fehlt ein T. Ja, wir lassen das jetzt einfach. Weil sonst kriegt jeder nochmal eine Meldung. So, okay Leute. Wie gesagt, ich glaube, morgen wird deutlich spannender. 14.15 Uhr um den Dreh komme ich, glaube ich, live. 14.30 Uhr Inflationsdaten und dann hoffentlich der Handelsstart für die ETFs. Darum geht es am Ende des Tages, wie viel Influence haben wir, wie viel Volumen haben wir. Das werden wir uns dann auch gemeinsam anschauen. Vielleicht gibt es dann richtig Volatilität, nicht das, was wir heute erlebt haben. Folgt mir gerne auf Twitter, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch gar nichts. Ich halte euch da weiter auf dem Laufenden und dann sehen wir uns wieder. Lasst gerne nochmal zum Abschluss ein Like da, falls ihr es noch nicht getan habt. Habt einen schönen Abend. Wir haben den Bitcoin Spot ETF Approval bekommen. Das ist die beste Nachricht von heute, auch wenn drumherum einiges komisch war und man das vielleicht nicht so genießen konnte, weil irgendwie die Meldungen hin und her wieder gingen. Aber Fakt ist, Bitcoin Spot ETF kommt. Jetzt kommt es darauf an, wie viel Geld fließt da rein, wie viel Nachfrage herrscht da und wie krass machen die ganzen Finanzgiganten a la BlackRock & Co. Werbung für Bitcoin und wie können wir davon profitieren. All das und mehr dann morgen wahrscheinlich und in Zukunft. Passt auf euch auf, habt einen schönen Abend. Wir sehen uns das nächste Mal.